so hallo guten abend bin ich wieder mit fortnight sehr schön die welt aus und starten rein was heute machen wir sind noch nicht aber irgendwas fällt uns immer ein ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? 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 Das Einzige für sinnvoll wäre, wenn ich eine Waffe hätte, die ich abbiegen könnte, würde ich dafür viel Polymer kriegen für die Skins, ne? Bei 200 Pro, ne? Ja, da muss ich ja, da muss man ja, da muss man ja, da muss man ja, da muss man ja erst mal eine haben. Okay. 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 Ich höre mir was zum Futter an, wenn ich dazu komme. Ja, ich weiß nicht. Das war's. 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 Oh, wer für die Axt. Kupferbarren und Knochenwurzelstab. Oh. Das haben wir. Also, ich kann nichts nehmen, weil voll. Nein, okay. Nein, okay. Das brauchen wir mal machen, da steckst du mal machen, da steckst du nicht drin. Ich brauche noch Granit-Tafeln für die Axt dann. Essenz. Das ist das, okay. 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 brauchen wir Merkwürdig Gut, haben wir eine neue Axt schon mal Das ist gut Dann brauchen wir dafür Wollen wir mal gucken Das war nur Bernstein Und Granit Für Haltbarkeit Ja, das ist richtig Das ist korrekt Weißt, wir warten jetzt mal ein bisschen, bis das fertig ist Ah, gut Freunde, gut Die wirkt, als ob sie keinen Job hätte Ne, sie ist so 18% fertig, okay Na gut Das ist ja perfekt, das wird wieder Tag So, die anderen Waffen haben wir schon Da haben wir auch schon die Essenzen raufgepackt Aber das sind die, die wir uns leisten konnten Die anderen besorgen wir gleich Materialien Dann geht's ins Schneegebiet, würde ich sagen Das ist ja eigentlich ein bisschen, bis jetzt nach der So, wie gut geht's Das ist ja eigentliche nicht dran Das ist ja eigentliche eine Maschine Das ist ja eigentlichein großartig, so Rig Ryan Das ist ja eigentlicheinig, ist das ja eigentlicheinig Thornton So, ist fertig. Wunderbar. Gut. Wenden wir das noch auf die Axt an. Dann hält die ein bisschen länger. Gut. Oh, dann ziehen wir jetzt los. Ja, die Dame hier, die uns begleitet. Hier Sky. Die ist ein bisschen verbuggt leider. Also die kriegt kein Bett im Dorf. Und ist manchmal doppelt da. Stimmt auch irgendwas nicht mit ihr. Und dann droht sie mir, dass sie nach fünf Tagen auszieht. Obwohl ich ihr Bett zugewiesen habe. Und sie das auch akzeptiert hat. Merkwürdig. Also auf jeden Fall war es nicht in Ordnung. So. Bauen wir hier die Strecke weiter. Mit dem Holz, das wir geholt haben. Was sind das für Teile? Das sind kleine Teile nur, oder? Sind die... Diese hier. Ja. Wie klein? Warum nicht die Großen? Macht auch voll mehr Sinn, die Großen zu nehmen. Ah. Vielleicht sieht das auch noch so aus. Sind die doppelt? Doppelt, ne? Ne. Nicht doppelt. Ne, wir gucken. Gucken mal, ob wir zurechtkommen. Blöd, wenn man hier runterfällt. Weil dann ist es schnell vorbei. Das wird unsere Strecke zum Schneegebiet. Geht noch ein gutes Stück. Aber allzu viel wieder gar nicht mehr. So ganz schön weit gekommen. Gucken mal. Hier ist das Ende erreicht. So. Wollen wir mal gucken. Sind das die Kleinen? Ne. Wollen wir mal so dicke ran. Nein, nein. Das sind die langen. Okay. Na, selber? One more noch was? Yo. Ja, eine Sache kann man mit dem Teil hier nicht abbiegen. Das funktioniert nicht. Aber wenn es nachher fertig ist, macht das glaube ich richtig Spaß. Aha, da kommt ein verführerischer Trupf. Hä? Und jetzt ziehen wir ein bisschen am Schneegebiet vorbei, ne? Was man machen könnte, wäre natürlich eine Endstation machen und dann einfach eine Anschlussstation da hinsetzen. Und dann kannst du ja da reinfahren. Aber muss jetzt auch nicht, ne? Wenn wir das Schneegebiet ansatzweise erreichen, reicht das vollkommen aus. Eigentlich ist das hier auch nicht mein Projekt, sondern von Jonny. Aber da gerade kein anderer da ist, mache ich weiter. Ich werde gar kein Problem. So, wie wir die Aussicht hier genießen, ne? Das ist schon cool, dass sowas überhaupt stabil hält, ne? Also, bin ich schon nice. So, wie wir die Aussicht hier genießen, Jetzt haben wir einen kleinen Speed herangemacht. So, Technik ist verfeinert, jetzt kommen wir richtig voran. So, ich habe einen kleinen Speed herangemacht. 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 Das ist ein Server-Lag, da warten wir kurz, wie ist das Server auch stehen geblieben. Ah, das sieht nicht gut aus, das ist zu viel, das ist zu lang, hier gerade nix, ach Mensch, aber spannend zu sehen, ob wir da wieder spawnen, ich glaube nicht, also warten wir ein bisschen, wir die Connection verlieren und dann geht das hier weiter. Zieht leider immer noch sehr häufig diese Server-Disconnects, zieht gar nix, also drehen kann ich mich, aber ich kann mich nicht mehr bewegen, na gut, warten wir ab. Ziehtferi Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, der Server Disconnected gar nicht. Was ist da los? Das Problem? Ich kann laufen? Hä, wieso? Er baut das da nicht mehr ran. Der Server ist gar nicht down. Oh mein Gott. Ich dachte, der Server... Aber er baut das hier nicht mehr ran. Warum? Hä? Aber er zieht das ab, ne? Siehst du das? Rechts? Nichts. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. We need to connect Nummer 9. Das stimmt doch irgendwas nicht. Geh mal raus zur Lobby. Das ist mir zu suspekt. Hallo, Toni. Hallo. 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 Meister Matze So was ich werden kann ist Bademeister hier an der Ostsee Mhm Bis zum nächsten Mal. Also Toni, die sind so unterbesetzt, ich nehme mittlerweile jeden. Ah, da oben wollte ich echt sein. So wie schreien sind wir doch relativ weit gekommen. Das ist ja schon mal gut. Die Leute haben wir noch auf touch. Ja, doch, doch. Gut weg. Sehr schön. Gut weg. So tun die diese Haufen auch mit Bademeister ab. Das ist total egal. Wir haben jede Saison so viele dumme Menschen, die einfach unnötiges Risiko einsetzen. Einfach ein Fehler machen tot. Und da kannst du nix machen. Da kannst du Bademeister aufstellen, wie du willst. Da klingt alles nix. Der kann die auch nicht retten. Deswegen, Bademeister kann ich locker werden. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Wenn ich auch nur einen davor bewahre, zu ertrinken, habe ich schon gewonnen. Also ist so. Okay. Ich bin die Höhle, glaube ich. Ja. Die Höhle soll es werden. Ich besuche mal, wie wir jetzt noch einen Spawnpunkt. Müsste hier eine Ecke sein. Oder auch nicht. Wer ist da? Dann brauche ich neun. Ich brauche ein neues Zuhause. Viel fertig. Weg mit ihm. So. Haben wir hier irgendwo ein Häuschen, was wir beziehen können? Ja, da oben. Oh. Das ist mein Wunschhaus. Ah, guck mal, Juni, da ist auch noch ein Höhleneingang. Da sehen wir die noch. Das ist doch perfekt. Will man mehr? Schön. Ah, nicht schön. Oh. 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 Ein Schnee-Ungetüm. Hahaha. Ich weiß, was wir tun werden. Und es wird wehtun. So schaut es aus. Aber erstmal bauen wir uns hier ein Bettchen hin, weil das kann ja auch böse mal in die Hose gehen. Das wissen wir. Mein Bett. Ja. Mein Spawnpunkt. Und dann holen wir uns dieses Ungetüm. Hey, Ungetüm. Komm, Sky. Du sterben für mich. Äh, natürlich kämpfen für mich. Sky, Hilfe. 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 Geil, mach doch mal was. Danke. Jetzt bin ich gesaved. Uh. Uh. Geil, ist so fort. Nein, 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 nein. Geh weg. Du schlugge. Geil, mach doch mal. Meine Hand lacht. Geil, mach doch mal. Ah, jetzt. Gut. Au. der wolf oh der wolf hielt mir, das ist nice gut wohl hallo Melanie also unerhört gewonnen so ja Sky ist dreimal gestorben glaube ich alles für das team okay uns geht es noch relativ gut ähm nix zum heilen da ist sie wieder meine tapfere Kämpferin die mit Fäusten in den Kampf zieht, weil sie von mir keine Waffe bekommt okay würden wir irgendwelche Handlanger hier finden, würde ich ihr natürlich eine Waffe erobern, aber naja, so ist das halt Hilfe Wolf, mach ihn fertig kein Ausdauer, ich hab kein Ausdauer ich hab kein Ausdauer, ich hab kein Ausdauer will doch nur in die Höhle rein ja, ist ein bisschen frostig hier drin essen wir mal Burger ja gut bringt jetzt nicht so viel, aber wir kommen erstmal zurecht glaube ich ach so, Sky hat gar keine Fackel eigentlich hatte ich ihr eine gegeben, aber irgendwie hat sie die wieder nicht ausgerüstet, mal gucken ob sie es jetzt tut ha, sie tut es gut, endlich ist mein Licht da so, hier haben wir direkt Eisen das nehmen wir mit ganz klar warum, was ist schon wieder los? hör, hör auf jetzt fann ich mal witzig die Eisenfarm ist echt anstrengend ja, der Toni ist kein Mister und der ist auch kein XXL, der ist einfach nur Toni, aber das war ihm zu einfach so, oh, zwei Frostungen gestülpt, oi, 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 das ist nice wir sagen, nehmen wir auch mit solange wir noch Platz haben oh ja, Schneebeere, na ja, na jo kann man erstmal mitnehmen, falls es uns kalt wird Habe ich euch genug, aber ich nehme das auch mal mit. Gar keine Gegner bis hier, ne? Aber viele Kisten. Das ist so viel Eisen. Riecht gut. Rot ist nice. Dicke Wolle. Schaufel. Ja, die Schaufel kann ich auch gebrauchen. Ah, jetzt bin ich schon voll, ne? Großartig. Brängstoff. Fleisch kann raus. So. Nur weil Tony nicht frei ist und XXL, weil der Tony nicht frei ist, ist es nur ein Zusatz, um keine Zahlen zu nutzen. Sehr gut. Guck mal, da war ich auf der richtigen Pferde, ne? Hey, Sky. Du hast einen Job. Und das ist Licht machen. Und warum geht das jetzt wieder nicht? Die macht Übungen. Ah, Frauen verstehe ich niemals. Niemals. Ja, jetzt geht es wieder mit dem Licht. Okay, alles klar. Okay. Musst du erst mal ihre Fitnessübungen machen. Unfassbar, oder? Einfach so ein bisschen Yoga. Ich versuche, dich auszurutschen. Was ist das anstrengend? Ja, wir müssen mal Feinde finden, damit wir das hier loswerden. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ich glaube, das ist die ganze Hülle, ne? Hier geht es nicht irgendwo weiter, oder? Äh? Hallo? Oh? Ah. Nein. Das, äh, ist neu. Das ist ne super Hülle, ist das. Okay, okay, okay. Gerne mehr davon. Käse. Richtig für Pizza. Alter, der ist ja ne richtig Schatzkammer hier. Ammer. So. Ja, wir müssen hier langsam mal Businessentscheidung treffen. Was wir mitnehmen, was nicht. Ah. Komm, den Schlürfsaft können wir nochmal schlürfen. Können wir eben machen. Ah, schlürfen wir nochmal ne Runde. Okay, die Hülle ist einfach nur winzig, aber super viel Luhn, äh? für den allgemeinen Typen ist das genau richtig. Genau so ist das richtig für mich. So. Cool. Ja, Eisen können wir noch mitnehmen, oder? Haben wir noch ein Stack irgendwo frei? Nee. Müssen wir wieder was anfangen. Äh, da müssen wir nochmal Platz räumen. Gucken wir mal. Was können wir verzichten? Holz können wir verzichten. Das findet man in jeder Ecke. Ist so. Ja, bei Eisen glüht die Achse leider. Äh, die Spitzhacke. Und da wir ja nicht mehr reparieren können, ist das echt schade, nicht? Reparatur geht nicht mehr. Vorbei. Füllzeiten sind vorbei. Glück bin ich schon fast durch mit dem Spiel. Geht's gut, ne? Habe ich hier den Boden oder den Füßen weggerissen. So, da liegt auch noch eins rum. Und hier hängt auch noch eins an der Wand. Auf jeden Fall einer der nützendsten Wachs, die es gab. Aber leider fand ich das. Epic Games ist nicht so gut. Vielleicht gibt's da ja bald ein Mod-Spiel oder so. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel überhaupt Mods möglich sind. Macht ihr auch die Kump weiter? Ja. Ich glaub, morgen mach ich den Kump. Ja, ja. Weihnachts-Update will ich noch spielen. Ich glaub, morgen mach ich das. Morgen ist ein guter Tag. Morgen ist ein sehr guter Tag dafür. Die Rüe ist ja mal Hammer. Oh. Was ist das? Komm zu mir, Eisen. Danke. Ah, ich bin zu voll. Komm wieder. Okay, ich hab viel Eisen rausgeholt. Na gut, dann lassen wir das hier. Die Hülle ist witzig. Aber sie geht halt nicht weit, ne? Geht's hier nochmal rein? Nee. Das war's. Kein weiter, weiteren Weg. Ja. Klein, aber fein. Wie geht's dir denn? Äh, ja. Mir geht's ganz gut. Also, äh, Corona ist so gut wie vorbei. Äh, ich... Alles am Abklingen, wunderbar. Bisschen noch Kreislauf, aber das ist ja... Pille-Palle. Geht alles vorbei. Okay. Stell dir vorher deine PC-Uhr auf November. Was? Tuning, was erzählst du da? Warum sollte ich solche verrückten Sachen tun? Ich gehe gleich direkt in die Z. Nee, liegt der Modus. So. Die Hülle hätten wir. Ist noch ein bisschen was drin, aber... Ja, Gott. Okay, das wollte ich gar nicht machen, aber wir tanzen jetzt erst mal. Und dann willst du keinen weiteren... Achso. Nur einer bist du, Toni. Hä? Naja. Äh, Granit habe ich eh nicht. Ich kann keine Markierung setzen. Also lassen wir das hier so einfach so... So tun, als wären wir nicht da gewesen. Okay. Was brauchen wir noch? Äh, wir brauchen Platz. Upsi. Holz verloren. Ich brauche diese Holz. Diese Holz brauche ich. Komm, hier machen wir mal ein Schwert kaputt. Äh, geht nicht. Wir brauchen die Frostkiefer, meine Damen und Herren. Ich will mir immer die ganze Zeit helfen, aber sie kann nicht, weil sie gar kein Werkzeug hat. Könnt ihr mir leidtun. Tut's aber nicht. Was? Was? Geht sie mit mir? Ach, er war das. Upsi. Upsi. Was? Das ist ein Bait vom Server, oder? Alter. Das muss ich klippen eigentlich. Junge, Junge, Junge. Da wurde ich aber Ups genommen. So, wir haben ein Langschwert für Ushii, wenn sie wieder da ist. Alter, der hat mich Ups genommen. Gar nicht. Ah, hallo Sky. Sky, pass mal auf. Hab da was. Hab da was ganz fein. Wieso wird das nicht angeboten? Das ist mein Langschwert, das kriegt sie nicht. Waldachs, Waldachs, nein, sie soll ein Schwert haben. Ja, pass auf, wir schmeißen das Schwert jetzt raus. Dann tun wir so, als ob das mein Schwert wäre. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Aha. Man muss das alles nur überlisten. So, Sky. Dann rechnen wir uns gleich mal an den. Wenn wir hier die Kiste aufgemacht haben. Ach, die haben wir schon. Hier ist mein Bett. Ach, leck mich fett. Die wollen mein Bett erobern. Hallo? Arschlöcher. Ah, Heardschoss. Noch ein Heardschoss. Die ist direkt gestorben. Warum? Oh. Warum stirbt sie denn direkt? Sind die so schlimm? Ey, ja. Ui, 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 ui. Junge, ich zieh doch mal. Und dann kommt die hier hoch. Da kannst du nix machen, Kollege, hä? Äh, nun steile schmeißen. Jetzt Zugriff. Sky, komm. Sky. Sky, wir hatten einen Plan. Okay, hatten wir nicht. Jetzt hat man, jetzt haben wir einen Plan. Ja, hau den Tod, hau den Tod, hau ihn kaputt. Jawohl, ja, fünf Schaden, ba, ba, ba. Ja, vorhin, wir sind nämlich verwundbar, der Schlümmel. Der Schlümmel, Lümmel. Kann ich hier ein Ritter-Schild geben? Nee, kann ich nicht. So gut. Willst du noch ein Schwert haben? Kann ich hier noch ein Schwert geben? Was ist das raus? Nehmt das wieder auf. Hallo? Weil das andere kaputt geht? Hier, das? Leute. Ich weiß nicht, ob sie beide kriegt. Ist auch nicht so wichtig. Okay, also das muss ich mir merken. Sie muss ihn ablenken, damit ich ihm einen Arsch schießen kann. Noch einer. Noch einer. Er hat gar nicht auf sie geschlagen und sie stirbt trotzdem. Oder? Das war doch anders wild. Ey, scharf, das meinst du nicht ernst? Alter. Ey. Unfassbar, wie frech die alle sind hier gerade, ne? Also. Das vermeidt meis. Okay, ich nutiere mir das mal. Das wird geklippt. Unfassbar. Flavine. Ah. Sehr gut, Tony. Sehr gut. Mal wieder was für YouTube Shorts. Danke. Okay. So. Wahnsinn. Hallo Sky, na? Alles fresh? Er hat jemand Käse verloren. Hammer. Diese will ich haben. Dies ist gut für Pizza. Und er noch springt. Lüfsack. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, ich glaube, die beste Entscheidung wäre, wenn wir noch ein paar Frosttannen erledigen. Aber nicht die großen, weil die brauchen wir für so lange. Jetzt die kleine, ne? Sie waren ganz schlimm. Hat er so was gesagt zum Gelegen? Danke gesagt. Ich weiß, wo sie gucken hast du, hast du Talent dafür? Wir müssen erstmal gucken. Guck ich mal. Ah, Tony hat's gut gemacht. Ja, sehr gut. Damit kann ich arbeiten. Danke. Okay, wir sind full, full. Ähm. Ah, hier haben wir noch was. Können wir wegschmeißen. Bosskiefer ist es. Die machen die Axt noch kaputt und dann ist gut. So, ich glaube, mit dem nächsten Hütte ist die Axt Schrott, ne? Ne. Jetzt hat sie es hinter sich. Na gut, den Bau machen wir auf jeden Fall noch. So. Okidoki. Ich würde sagen, machen wir uns auf den Heimweg. Wo müssen wir da hin? Da müssen wir hin. Gut. Das Gute ist, irgendwann haben wir hier die, äh, Bahn über uns. Dann werden wir genau sehen, wo wir hin müssen. Kann nicht so weit sein mehr. Guck mal, da bin ich gar keinen Meter ins Schneegebiet gegangen und habe trotzdem alles, was ich haben wollte. Wunderbar. Manchmal läuft's. Ok. Argument. Ich verhungere. Wo ist mein Kürbis? Da. Ah, guck mal. Da sehen wir schon die Linie. Genau da müssen wir hin. Au. Neu. Wölf. Blie. Die weg. Also, wir sind echt nicht dran, ne? Also viel, viel nicht mehr. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Aber schon, es riecht. Das ist ja unglaublich. So, er Drecksack. sobald müssen wir nicht mehr laufen ist das hier auf wen wartest du denn war das auf toni ja der toni kann gerade nicht soll ich entschuldigen sie sich mit rücken zu mir das konnte sie jetzt gar nicht hören was kannst du das ist so farbenbomber hier alleine das ist doch schlimmer junge die schon auf der suche nach denen läuft einfach durch die gegend und sucht dich wir haben die lüchse der pandora geöffnet ne doch nicht ja ein schmetterling ich liebe schmetterling oben fühle mich zum schatz wollen wir zum bett kommen hier so gleich schlafen oder bist du schon im bett und jetzt gleich pennen und wieder um drei aufstehen muss oder aha wohl in ruhe wunderbar erde habe ich schon die ganze zeit gesucht wahnsinn gott sei gedankt haben wir das gefunden so wenn wir schon die richtung ist war dabei geräume aber zurück zweimal wenn wir vorbeigeht der hund er wollte zweimal an mir vorbei und würden die lechse nicht so traurig sein wäre es witzig aber die lechse nerven schon also das muss verbessert werden muss gleich noch was machen und dann werde ich pennen ja vielleicht gehe ich heute nacht dann kurz und aber glaube ich nicht morgen wieder ja morgen mache ich den kumpen da kannst du auch mitmachen theoretisch bei morgen müssen wir gucken ob ich naja ne kann ich ja noch nicht sagen also ich werde vormittags natürlich hier das hier spielen oder so mal gucken ich bin auch unschlüssig aber den gucken wir auf jeden fall morgen abend stattfinden ja na guck mal hier liegt noch wird gebrochen ist aber das ist alt da können die nichts machen ne steinschmeißer 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 die könnte doch was machen schlimm guck mal hier wird hier vor holz die hingelassen wurde du hast vormittags sinken und dann hier das musst du mit melanie ausdiskutieren doch das musst du mit melanie klären kommst rein ach hier kommt er eh rein so da spawnen immer noch skelette die fackeln haben scheiß gebracht warum ist das so warum spawnen die hier in der ecke weil das nicht mehr der geschütze Bereich ist sorry viel arbeiten ja dann wird es abends toni dann ist das so wir sehen den goldenen rahmen wenn wir im baumodus gehen oder häuschen zum beispiel bauen ja ja kann sein dass sie hier in diesem streifen spawnen oder ist das möglich kann gut sein kann ich mir gut vorstellen kann mir gut vorstellen dass das der schutzbereich ist und ich da fälschlicherweise gut aber das skelette im grasland das werden die hier schon schaffen das ist guter dinge Tür aufmachen ist wichtig vor allem im schlafsaal ne hier Tür aufmachen oh 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 da schläft noch keiner das ist ja komisch warum weil die nicht reinkommen ne ok eieieiei doch die kommen rein ok weil sie rennen wieder schreiend raus ist geil jetzt hier in der liste mit drehen nein definitiv nicht wir lösen sie mal von ihren pflichten so dann sagt sie achtung achtung ich habe kein bett das tut mir furchtbar leid so pass auf ich muss den ort verlassen ohne bett kann ich genauso wie ein edelstein in einer uralten höhle schlummern bitte baue mir ein bett sonst werde ich das dorf bald verlassen wenn du willst dass ich in deinem dorf bleibe brauche ich unbedingt ein bett ich glaube ich habe es verstanden wenn sie nichts ändert werde ich das in fünf tagen verlassen ja ja aber ich kann ihr kein bett anbieten weil ich habe schon zwei betten gebaut da oben das will sie nicht also dann tut mir das auch leid ne da ist auch ein freies bett drin die ist kaputt ich sag euch das die ist kaputt so kitzel was geht was hast du im angebot wolfskralle wolle granit ranken dünger immer dünger danke ok ich nehme ihn auch gleich auf ganz sicher wenn ich eine kiste war wenn ich an der kiste war so er da haben wir ein bisschen hier nicht viel die müssten eigentlich immer hier in der ecke spawnen die skelette ja ja die spawner auf dem streifen das ist ganz sicher ganz sicher ist das so da müssten wir alles nochmal neu machen gut die störe ich jetzt nicht machen die häuser kaputt nein hilfe 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 ja zu krieg so stelle ich mir das vor zuweisen geht auch nicht habe ich schon getestet also ich kann jetzt hier nicht aber jetzt sind hier alle betten belegt ähm so hier bett ich kann sie nicht auswählen also sie ist kaputt die muss auch mal gefixt werden hätten sie mal das zuerst gepatcht so so mal so ok jetzt gucken wir mal wie dramatisch ist das hier mit der wand die ganze linke wand müsste weiter eingerückt werden die ganze rechte seite sieht gut aus ganze rechte seite haben wir richtig gut reingesetzt so und dann die hintere wand die muss auch nochmal neu gesetzt werden haben wir denn dann noch luft da ranzukommen das ist die frage ja ganz knapp aber es könnte klappen ok ansonsten sperren wir die da ein guck dass ich sowieso machen einfach einsperren die jungs dann brauchen wir nur ja ne das geht nicht gut ok ja schade wir haben projekte will das ja schön haben ich will das ja gut haben eine zweite wand reinziehen ja das könnte man machen aber ja muss ich auch wieder ressourcen sammeln so krieg ich eins zu eins die ressourcen wieder viel besser ne ich guck mal erstmal die sachen loswerden muss ja auch noch hier die werkbank aufbessern ne das tut auch noch not so was fehlt uns denn da jetzt Marmortafeln Knochenwurzelstab Sandklaue und Sandpanzer ok ähm ich geh zu meinen Nachbarn markiere die Laternen als Linie ja das gut vielleicht vielleicht hilft auch ein zweiter Dorfplatz um die Fläche zu vergrößern äh ne das funktioniert nicht Toni weil man äh nur quasi kilometer weit weg neuen äh Dorfplatz bauen kann also das geht nicht tatsächlich ne könnt ihr natürlich so weit weg platzieren aber das passt nicht nein ich glaub nicht dass das geht ne definitiv nur so tschüss du nur die Tür aufmachen danke Leute ihr seid auch lost hier alle ne alle miteinander seid ihr lost seid schon fast so wie ich soo Knochenwurzelstab wohl gewünscht ähm das ganze Eisen habe ich jetzt hier mit hingebracht das macht aber auch Sinn weil wir hier ja auch oft sind wenn ihr nochmal schön einschmelzen hier schön einschmelzen können wir aber nicht mehr ruhigbar da schon wieder alles weg wir klauten das die lostis Hä nicht die flotters sondern die lostis die sind hier am Start so wir haben Frost Kiefer die brauche ich drüben glaube ich ganz sicher Brennstoff kann ich hier lassen das ist Johnny sein Metier Die ungestüm Sachen die können auch hier bleiben die brauchen wir auch nicht so oft Da könnt ihr dann noch eure Talismänner bauen. So, ich wollte hier jetzt noch das hier mitnehmen. Machen Feld von 20. Dann nehme ich hier nochmal 18. So. Das passt. Dann sind wir dafür vorbereitet. Die Klaue würde eigentlich hier mit rennen. Oder haben wir die oben noch? Unten. Unten passt sie rein. Schön. Dann die dicke Wolle. Voila. Ja. Brot behalte ich. Wolle ist wichtig zum Essen. Apropos Essen. Da meldet sich schon wieder der Magen. Klimme Nummer. Sandpanzer brauchst du. Richtig. Hast du gut mitgedacht? Sehr schön. Danke. Bin ja schon wieder voll im Vergessensmodus. Und Sandklaue brauchen wir auch. Ich weiß aber nicht wie viel. Hab ich aber drüben glaube ich noch einen ganzen Steck. Ja. Ich nehm trotzdem wieder mit. Fiegt ja hier nicht so wirklich. So. Marmottafeln. Haben wir hier nimmer. Vier Stück. Das ist Käse. Pille Palle. Haben wir drüben auch alles glaube ich. Was war das noch? Noch ein Wurzeln. Haben wir schon. Ne. Haben wir nicht. Das waren acht. Das weiß ich ziemlich sicher. So können wir drüben noch einpassen. Du hast da ein bisschen AA im. Was? Wie? Das hier ist AA? Okay. Ist AA im Boot? Nein sowas. Wer macht sowas? Wollte ich hier sonst noch was machen? Ne ne. Ich kann noch ein bisschen hier mitnehmen. Zack. Kürmischkuchen. Okay. Der Weg zurück ist immer relativ simpel. Und relativ schnell. Dank dieser Mega Leiter hier. Ist immer ein bisschen hoch. Holt sich Ausdauer. Und dann geht's abwärts. Und dann sind wir auch schon zu Hause. Marmortafeln. Das war's. Kurzen Gehirnhänger gehabt. Ähm. Ja. Okay. Ah guck mal hier. Sandklaue hatte ich eigentlich schon. Naja. Hilfe nix. Und nix kommt nix. Hallo. Hallo. Ah. Bauen wir noch einen Turm in die Base und dann eine Brücke. Tony. Tony. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der neue Projektplaner für Projekt Brücke. Wenn sie Zeit haben, fangen sie damit an, nicht? Kannst man sehen. Ich kann das auch gut. Ah. Ja. Jetzt hab ich dich hops genommen. Ja. Wir müssen die Lampe entfernen. Das können wir hier lassen. Wir können überprüfen hier. Äh. Ja. Ganz knapp. Guck mal. Da müssen wir die Mauer heransetzen. Direkt an die Laternen. Gut. Macht schon Spaß zu zerstören. Ist ja ganz klar. Ist ja schon eine völlig schlechte Sache. Kann auch liegen halt ein schönes Dorf zerstören. Das hätte ich im Dorf anfangen mit der Brücke. Die wieder außerhalb anfangen. Das ist nicht kaputt. Das ist Renovierungsmaßnahmen. Renovierungsmaßnahmen aufgrund von Sicherheitsmängeln. Da das hier Wohlfühl-Area sein soll, müssen wir dran arbeiten. So. Jetzt haben wir natürlich einen Fehler gemacht. Wir hätten oben anfangen sollen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch was gesammt bricht, wenn wir hier alles weg machen. Eher nicht. Eher nicht. Ah ja, gut. Der Sicherheitsmängel war da und befand das für nicht gut. Richtig. Da wird Mut da drauf rumgeschlagen. Problem ist, mein Inventar ist gleich voll. Aber, da kenne ich eine Lösung. Kiste. Kiste. Alles in die Kiste. Alles, was ich nicht brauche, kommt in die Kiste. So. Frostkiefer ist aktuell nicht so erwünscht. Sandklaue. Das wäre jetzt blöd, wenn ich das alles rausschmeiße, weil das könnte ich jetzt auch verbauen mit der Marmortafel zusammen, oder? Das soll schon fertig sein. Ich weiß nicht, reicht das? Aber es waren 15 oder 20, ne? 15. Und 12 Knochenwurzelstäbe. Dammit. Ich habe auch manchmal, ne? Also Gehirnleistung ist manchmal unter aller Sau. Aber, zum Glück bin ich immer darauf vorbereitet, dass was nicht da ist, ne? So. Gut. Vielleicht doch noch Marmorplatten hier irgendwo. Das sieht nicht gut aus. Doch eine. Schön. In der Zwischenzeit sind die doch fertig, oder? Ach, als ob genau die zwei, die mir fehlen. Schmal läuft es. Oh, das ist Charlie. Charlie könnten wir aufnehmen. Glaube ich. Einen Platz haben wir ja noch. Oh, wir rüsten mal auf. Ja, easy. Unsere super Werkbank. Und Charlie, gucken wir mal hier. Eigentlich sind wir ja fünf mit Sky. Aber die ist ja nicht gelistet. Jetzt bin ich gespannt, ob Charlie hier mit dran teilnehmen darf. Charlie, reibt sich müde in die Augen. Ja, dann kommt auf, dann kriegst du Schlafplatz. Komm mal her. Ich bin in meinem Dorf. Denk doch mal nach. Füll den Kopf. Nein. Ich hab schon zu viele Freunde. Verdammt. Mir fällt nicht drauf rein. Ärgerlich. So, das Problem ist, jetzt ist die Sicherheitsmaßnahme so geendet, dass ich nicht rechtzeitig fertig geworden bin. Und wir natürlich jetzt den Skeletten aus so einem Hof geöffnet haben. Ach, guck an. Jetzt sind die runtergefallen. Das war doch der Plan. Sehr gut. So, du musst noch weg. Und jetzt können wir hier natürlich drauf rumhämmern. Was passiert da? Hier geht ja eine Energie durch Bauwerk. Bleibt noch hier. Wir können Freunde werden. Kaputt. Alles kaputt. Sehr schön. Gut. Noch ist es nicht dunkel. Noch können wir schnell die Wand hochziehen. Noch geht da was. So, die Laterne konnten wir auch als Maßstab nehmen. Richtig? Richtig. Okay. Dann. Versuchen wir es mal. Wir brauchen das hier. Und dann nicht so knapp, sondern hier so. Das müsste reichen. Ja, das müsste reichen. Ganz sicher reicht das. Bin beste Überzeugung, dass das reicht. So, dann müssen wir noch rechtzeitig das Tor aufsetzen. Wobei, nee, das ist scheißegal. Kommt ihr eh da drauf. Alles gut. Lieber in der Linie. Ist mir in der Linie? Ja, nee. Ich riskiere das mal doch. Wir testen. Na, ist ja jetzt kein Aufwand, da nochmal abzureißen. Zumindest ist das hier. Ja. Wenn wir das von der Melo mal abreißen, ist das okay. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm. Fütt mir das aber zu hoch. Scheiße. Hallo? Ah. Hab ich mir geschlafen hier doch. So, das ist noch okay. Das können wir noch ausgleichen. Aber dann müssen wir mal abwärts machen. Okay. Also, das geht noch. Ja, gönnt euch das scharf. Das habt ihr euch verdient. Das ist gar nicht so einfach, darunter zu heben. Junge, Junge. Lippe. Doch, ein Bewohner, rettet mich. Ich habe ein Problem. Hilfe. Direkt vertrautsvoll abgeliefert. Oh, da ist noch einer. Okay. Ihr seid aber auch kleine Bastarde. Geht weg. Hilfe. Kann ich bitte baumonlos. Ich will da nicht raus. Danke. So, jetzt haben wir den Anfang. Das ist gut. Jetzt gehen wir hier weiter runter. Ich habe schon wieder Hunger. Das ist unerhört. Ah, so geht es ganz gut eigentlich. Okay. Merken wir uns mal. Wenn wir so schräg vorstehen und dann so ranhalten, dann geht das. Dann leckt er ja gut. Was du gerade machst, oder? Weißt du es, ne? Ich glaube, es hackt bei euch. Junge. Wie ist das Gangbang hier gerade? Schlimm, schlimm, schlimm. Leute, ich habe hier einen Job zu erledigen. Oder könnt ihr mich jetzt nicht stören? Ja? Danke. Mensch. Zu viel ist zu viel. Hallo, Xilinia. Ja, Schutzwall. Siehst du hier? Belästigung ohne Ende. Überall. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ha. Einfach vernichtet. Die kleinen Schwachmaten. So. Jetzt können wir mal gucken, ob die hier drin spawnen dann gleich. Müsste eigentlich ein guter Hinweis sein jetzt. Also, klar, da hinten können Sie immer noch spawnen, ist klar. Das wissen wir auch. Aber hier vorne dürfte ich jetzt eigentlich Ruhe sein. Ja, ganz sicher ist hier Ruhe. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Wobei, hier haben wir noch die Lücke. Gerade. Dann beheben wir das mal mit der Lücke. Warte mal. Kann ich das nicht auch anders bauen? Ja, bin ich mir relativ sicher, dass ich das anders bauen kann. Kann ich auch so machen. Was passt? Heute. Fehler. Fehler passieren. Oder nee, passt. Das ist gut, kein Fehler. Seh dich hin nach. Hey, du hast mich nicht gesehen. Ja, schmeißt den Stein in die Wand. So ist richtig. Ist er da rüber gelatscht oder ist er gespawnt? Liebe Freunde, haben wir jetzt nicht gesehen. Woran hat das denn jetzt gelegen? Carly, hier, du kriegst noch einen. Carly? Gut, hilf. Sehr gut. Ist der jetzt da rüber gehüpft? Ist wahrscheinlich, oder? Na ja, man kann ja einfach rüber laufen. Ich denke mal, der ist hier rüber gelaufen. Ja, der ist rüber. Ja, ich bin nicht sicher. Klingt also was und wäre es nicht fast sinnvoller, einfach direkt an die ganze Betonplatte mit runter zu zimmern? Nö. Oh nein. Ist schon klar so. Wollte die Natur auch erhalten. Und auch Farming betreiben können. Hier im Dorf. Seht ihr gerade was kaputt gemacht? Nein. Werde ein Knochen. Ja. Ansonsten hier außen ist wirklich nichts gespawnt, nicht? Muss hier nun mal sicher gehen, dass hier drin nichts spawnt. Vielleicht fangen wir nur hier auf der Höhe erstmal an zuzumachen, weil die da noch rüber kommen. Na ja, machen wir mal einfach mal. Das muss gemacht werden. So. Achso. Ein Fehler. Das war nur die ersten Meter und hier kommen sie definitiv nicht rüber, dann sind wir unsicher. Gut. Essen nicht vergessen. Äh, ist ein Argument. Hat das nicht was mit Licht zu tun? Bessere Beleuchtung, kein Spawn mehr? Ich habe hier alles ausgeleuchtet. Ich habe überall Straßenlater hingestellt, das hat gar nichts gebracht. Und äh, es ist wirklich so, Opa Matze, dass die wirklich stark gespawnt sind. Hier nur an der Kante. Also das haben wir beobachtet. Da wo die gelbe Mauer nicht ist. Du siehst ja jetzt hier die gelbe Linie. Da. Das ist der Schutzbereich. Und das hat nicht gepasst. Die sind alle hier gespawnt. In dem Bereich. Ja. Hallo, ich muss den PC anmachen, weil Handy alle. Hallo Toni. Ich muss den PC anmachen, weil Handy alle. Den Ding. Hier müssen wir auch noch eine Mauer hinbauen. Und da auch. Okay. Können wir diese Seite auch schon mal abreißen, weil das ist ja Fakt, dass die auch weg muss. So zu dem Tag. Sagte mal ein schlauer Mensch. Okay. 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 Damit. Hier könnte ich es mir theoretisch einfacher machen. Aber mag ich nicht. Mag ich einfach nicht. Okay. Spitzhacke im Arsch heißt. Lecht. Kämpfen wir uns mit Päusen durch. Geht ja auch. Mein schlaues Telefon war, seitdem ich es besitze, also seit drei Jahren oder so, nicht einmal wirklich leer. Was treibt ihr alle denn mit den Dingern? Ja. Ja. Wer guckt, springt es ja schon. Da geht das rucki zucki leer. Da kannst du davon ausgehen. Videos machen den Akku leer. Das geht ganz fix. Bam. Bam. Oh yeah. Hat er ein Geschäft, da lag kein Kabel. He. Aha. 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 Ein Wüstling schenkt mir Pfeile. Das ist nett. Sehr freundlich. Danke für die Pfeile. Sehr nett. Sehr nett. Banane getötet. Banane? Tot? Warum? War sie krumm? Ich hab dir eine Strecke da oben fast fertig, ne? Vielleicht noch so 200 Meter oder so. So Schneegebiet. Ich hab nur ein Server-Leck aufgehalten, äh, Server-Neustadt aufgehalten, sozusagen. Ja. Ja. Wenn das mit der Strecke ist, was noch? Mal den Fliegen. Passt nicht. Nichts. Das Haus. Mensch. Mach das Haus kaputt. Unfassbar. Ulerhört. Hast du dich... Was hast du mit Fliegen bis jetzt gemacht? Nur den Ballon, der weggeflogen ist, oder? Ja, den Ballon, der weggeflogen ist. Korrekt. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich bin unsicher hier, wo das Ende ist. Ansatzweise ein Plan. Ah, okay. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Können wir auch so machen. Gar kein Problem. Sieht das noch aus? Nee. Brauchen wir nicht. Okay. Die Richtung. Können wir hier drei leer lassen, nicht? So. Können wir da so einen hinsetzen? Ja. Ah. Ich bin mir schwer. Das klickt nur eins. Oh, ist fein. Gut. So. Hatten wir hier ein Tor, ja, ne? Wo wollen wir hier hin? So. Warte mal. Ah, was ist das denn jetzt hier? Gar kein Problem. Wir sind flexibel. Oh, müsste es denn gut sein, dass man, bin ich flexibel. Na doch, maximal flexibel. Der quasi auf die doppelte Größe. Was hast du? Ich glaube nicht, ne? Oh, ich glaube nicht, ne? Sieht doch komisch aus. Oh, yeah. Oh, yeah. Quatsch, ich habe gerade beim anderen PUBG-Account schon wieder Gold gezogen. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Vom Weihnachts, Weihnachts-Arkadeen, war nur die Chroma-Variante. Die kann ich ja dann zerlegen und dann habe ich ganz viele Ressourcen für Upgrade, ne? Ja, 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 ja. Oh, ich habe eine Idee. Nice Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Ich gucke nicht drum herum, irgendwo einen Einzelne zu finden hier. Was soll das? Vielleicht so. Warte mal. Wie funktionieren denn die Schalter? Ist das immer ein Schalter pro Plattform quasi? Oder kann man auch direkt? Ja, ja, ein Schalter pro Plattform. Richtig. Das ist das Problem. Wenn du einen Druck hast, kannst du nur einen Schalter für alles verwenden. Für alles? Ja. Äh. Doch. Deswegen haben die ja sowas, die Autos gebaut, wo sie dann einen Turm gebaut haben. Dann einen Kasten, wo das reinfallen kann. Und dann haben sie den Turm unten abgeschlagen, damit das von oben reinfällt und so lose drin ist, damit das zur Seite lenken kann. Damit du drei Schalter benutzen kannst. Deswegen habe ich aufgegeben. Ich habe keinen Bock darauf. Das ist richtig schlimm. Das ist normal. Ich kann das trennen. Einer, einer Düse experimentieren. Kannst doch nicht. Äh. Warte, 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 warte. Nicht möglich. Wieder falsch hier. Kipp noch nicht auf. Kipp noch nicht auf. Tatsache. Kipp noch nicht auf. Ah, muss auch erst an den Punkt kommen dann. Meine Überlegung wäre jetzt, ob ich... Na gut, hier müssen wir schummeln, das hilft ja nichts. Diener trennen kann. Ja, den komm mal noch. Jetzt, wenn ich jetzt was dazwischen pack... Ne, mir ja. Kein dynamisches Teil mehr. Ein dynamisches Teil? Ja, warte mal. Ich teste, ich teste. Ja, testen wir mal. Ich mache hier auch gerade Experimente. Fahren, fuck. So. Dass wir bald wieder Nacht haben und kann man davon ausgehen, dass wir jetzt hier keine Gäste mehr haben. Das ist wirklich ärgerlich, dass da bei den Versuchen halt immer Ressourcen weiter hochgehen. Das ist ärgerlich, ja. So, hier müssen wir auch noch irgendwie ein Tor reinsetzen. Das heißt, hier müssen wir nochmal erhöhen. Damit das auch aussieht. Ah, einmal hier. Zack. Dann baue ich da das Tor hin. Sind wir fein raus. So ist es. So kann ich die Düse jetzt nicht so... Da geht's. Und da drüben brauchen wir auch noch ein Tor hin. Ist das hier? Ist das? Ne, das lässt sich damit nicht trennen. Okay, fein. Ja, das Topic machen wir erst, wenn wir wissen, dass das wirklich so passt. So, wir haben bestimmt noch Holz über, dass wir hier unten da noch was machen können. So. Genau. Das muss alles blickdicht sein hier. Die sollen alle nicht sehen, was ich mit meinen Dorfbewohnern so anstelle, ne? Die Frage ist halt, ob es ein Material gibt. Ja. Ja. Also ich weiß ja nicht, ob das wie eine Art Leitung funktioniert oder so. Ja. Ja und ich. Ja, jegliche Spionage-Möglichkeiten sind geschlossen. Das sieht so ein bisschen aus, ne? Ja. Also letztendlich könntest du halt hier mit einer Plattform losfliegen, wenn das nicht geht, dann müsstest du halt immer wieder unterwegs Düsen dran setzen an die richtige Seite, weißt du? Ja. Denken, weißt du? Ja. Es ist kompliziert, aber das wäre halt möglich. Ich probiere noch ein bisschen weiter. Ja, probieren sie noch mal ein bisschen. So, das wird die Treppe. Wir sind geschummelt, aber das funktioniert. Ganz sicher. Ja, so können wir das lachen. Was ein bisschen schade ist, ist halt, dass die, dass die Teile immer kaputt gehen und nichts drucken, ne? Ja. Das ist halt auch ein bisschen blöd. Weg. Merkwürdig. Noch viel merkwürdig. Was mache ich hier gerade? Passt. Nee. Passt nicht. Du hast nur. Du hast nur. Du hast nur, da da so laut ist. Ja, so wird ein Schuh raus. Okay. Perfekt. Oh, hungrig. Wir sind hungrig. So, jetzt haben wir die Nacht der Nächte. Wenn jetzt kein Skelettgast hier erscheint, haben wir alles richtig gemacht. Und dann haben wir die Mythos mit Licht haben wir dann auch besiegt. Vielleicht ist aber auch eine Kombination aus beides. Licht unsicherer Bereich. Bis jetzt sieht das richtig gut aus. Ich glaube, wir haben den Fehler gefunden und behoben. Dann können wir uns beim nächsten Mal mit dem Topic beschäftigen. Die Frage, ob wir noch ein bisschen Holz haben. Was sind Teile, die rotieren? Also. Was rotieren? Das Rad selber. Das Teil Rad selber rotiert, ja. Ja, aber kann ich damit an das Rad selber nichts mehr dran bauen, ne? Nee, kannst du nicht mehr, kannst du das Rad woanders dran bauen. Das geht. Ja, wäre jetzt hier interessant, wenn ich anders Rad selber noch was dran bauen könnte. Ja, das wäre toll. Habe ich was fürs Huhn? Nee. Haben wir nicht. Da in der Kiste. Eine Ranke. Eine Ranke für das Huhn, haben wir das? Oh ja, haben wir. Na ja, dann 3, 2, 1, let's go. Drei Ranken. Drei Ranken für Hühnchen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Als ob die hier wieder drin spawnen, die Schweinebacken. Ach, komm, leck mich. Wo kommt die denn jetzt her? Ich hätte auf Melanie hören sollen, ne? Lass mal einen Huhn in Ruhe. Oh, Mann, können nicht die NPCs hier rauskommen? Also, weil ich muss kratzen, ne? Komm mal raus hier. Ja, komm ich mal Polyguards. Hier wohne auf dem Schreckrissen in der Ranke. Ah, oh, der Burger kommt. Komm, 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 komm. Ja. Als ob. Ja, hier. Ihr könnt auch mitmachen. Oh, du kleiner Hühnerdieb. Was soll das? Okay, ich muss die ganze Woche wieder abreißen, hier. Normale Entwicklung. Bleibt jetzt hier draußen und helft mir. Nein, die geht da nicht wieder rein. Das fühle ich viel zu selten. Das fühle ich viel zu selten. Das verstehe ich gar nicht. Das sind immer so gute Ideen. Beide, Mann, die Holzkiste ist ja dynamisch, ne? Ja. Aber die kostet Kupferbarren, ne? Ja. Toni, haben wir nicht ganz viele Kupferbarren? Ja, haben wir. Toni, hier, aber nicht hier eigentlich. Ist das Barren? Das sind Barren. Deswegen hab ich auch hier gesagt. Ja, mei, dann müssen wir nochmal hier, äh, gucken. Warte mal, wieso haben die da hinten Action? Die Kiste kannst du verschieben, Matze. Welche Kiste? Dynamische Kiste. Achso. Das gibt ein bisschen Hoffnung. Man könnte die dynamische Kiste irgendwo hinpacken und dann da was ran setzen. Aber ich glaube, da konnte man nichts ran bauen. Äh, I try. Also doch mehr Licht? Nein, nicht mehr Licht. Mann, wieso gehen mir die jetzt alle auf den Sack hier? Ist das hier eigentlich? Wie ist das? Und das denn hier? Ey, Eugene, ich hab nichts mehr für dich. Wie gierig bist du denn? Die Brüder sind schon geil. Okay, wir warten bis die Nacht vorbei ist und dann reißen wir die Wand wieder ein. Kann aber auch sein, dass das Zufall war. Ah, das ist klar. Ich würde tatsächlich noch eine Nacht über Brücken. Ich bin halt faul und bequem. Da kann man nichts machen. Ich hab keinen Bock, die ganze Wand da nochmal aufzureißen. Binderbremst quasi... Kann ja auch, äh, einfach noch eine Wand davor setzen, oder? Ja, komm, machen wir mal so. Autsch. Das mit X hat war wohl nix. Oh, ne Spitzhacke. Was hält gerade? Oh, hallo, Spitzhacke. Wie praktisch, ich brauch dich. Oh. Scheiße. Oh, scheiße. Okay, Spitzhacke, du bist Loser. Weg mit dir. Edwin Hale. Das sind ja auch Straßenlaternen, die sind eher Passivleuchten, ne? So, wenn ich die Autofahrer blende hier. Okay, ähm, Schnickel, Schnack, Schnuck, Schnuck. Äh, was wollte ich gerade? Und nur die Spitzhacke. Das ist es. Fragen wir mir die Nachbarn, ob die noch Materialien für uns haben. Ja, du kannst an die dynamischen Kisten tatsächlich nichts dran bauen. Ja, ich meine, ich hatte das schon probiert, ja. Was haben die denn dann für einen Zweck? Was bringen die denn? Oh, dynamisch, Mann. Was bringen die? Ich weiß nicht. Das kann ich dir nicht erzählen, doch. Was denn? Box. Oder, oder benutzt, benutzt man die quasi als, als Gewicht. Das könnte ich mir vorstellen, dass du die baust, damit du die Plattform beschweren kannst, damit du wieder sinkst oder so'n Scheiß. Weißt du? Ja. Ballon. Der für mich ist der einzige Nutzen irgendwie gerade. Ich kann mir vorstellen, dass die was wiegen, wenn die aus Kupfer sind. Na gut, dann funktioniert der Ansatz auch nicht. Ah. Auch falsch rum gemacht. Das ist ja ein Künstler. Okay. Genau falsch rum. Du, tanzerkleidern hier mal. So sah ich. Kannst du sagen, der Haltbarkeits-Essenz klingeln's da, das ist auch nicht so das wahre. Oh, alles schneller kaputt. Kannst du ein bisschen mehr brav sein. Ich bin noch nicht zufrieden mit. Da sie ist auch weg. Wobei ich hatte das gerade gar nicht. Hatte ich das gerade angestellt? Bezackelt auch. Hatte ich. Ganz sicher. So. Okidoki. Oh, da geht die Tür auf. Und gehen wir raus. Ah ne. Quatsch. Wir nehmen ja die schnelle Route. Wieso ist hier ein Hühnchen geschoben? Naja. Ich stell zu viele Fragen. Was ist hier? Das ist hier ein Hühnchen weg. hat der weg jetzt das latin ruf man gucken wir jetzt mal ein bisschen weiter hier in die mitte rein so wie hier und hier auch so hier was reicht weil das nicht reicht dann müssen wir hier noch mal was vorbauen ganz simpel wir machen das ist das ding ist wo ich schon gut zugeguckt hat das server nicht einmal so krass geleckt über uns gehört musst du ja bei uns spieler ist auch viel mehr glaube ich kann man diese region wählen ich glaube ja oder haben wir wieder hängen auch wieder blöd ich kann mal gucken ob man anderen user übernehmen kann dann haben wir mal die ganzen knochen auf damit wir auch indizien sammeln können weil wenn neue knöchel ist hier rumliegen dann das wäre ich war mit der gäste und einen haben wir verloren das ist aber nicht schlimm die wachsen nach hier die müllecke nutzen dieses hier dann wollte ich ein bisschen erde schaufeln erde 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 ja merde ach da kriegt man drei erde raus mit der besseren schaufel zwei ich habe schon so viel erde wie so ist es wie so mache ich noch was mehr dämlich es ist wie sie es ne so jetzt bauen wir uns hier noch ein schönes feld irgendwie hier ist doch perfekt und dann machen wir die große bären zucht früchte bären hey wieso ging das nicht ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich werde das gedacht ich bin für ein pad ok man hier zwei ährde alles klar weiß es bescheid und ein bisschen geprüft schauen wir da gerade nicht gut ein junge weiß ich zusammen jetzt geht doch und wir haben immer noch genug so erfolgreich dann holen wir mal die samen ob saftbeeren brauche die ja und diese 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 und natürlich sind wir wieder verhungern weil wir das so gut können die sky die die wenn wir nicht mehr glücklich machen glaube ich das vorbei aber dann dreimal die will okay an sich weißt wir mal anbauen dann machen wir was machen wir früchte kuchen oder so heißt das gegen oh ja wäre schon cool wenn man was anders machen könnte mit dem gerät oder so muss ein bisschen stupide und blöd da nehmen wir diese eine okay perfekt welt ist bestellt sowieso hast du keinen job das uns über jobs reden das können wir verarbeiten sammle edelsteine schmils metall ist überhaupt mit ihrem dorf nicht wirklich kommt vom anderen dorf was macht sie hier uni hat sie ausgesetzt glaube ich mit toni uni hat sie ausgesetzt ganz sicher hüftpilze warum die denn her gut ja nix so das kommt mit den plattformen ist ja mega ich habe mal geguckt das ist ja der einzige weg um da was zu schaffen die richtung ist einfach indem man das spiel austrickst er zerstört und dann ja genau ganz will die nummer so bin ich fein im winter passt meine damen und herren steht auch gesammelt granit ranken will ich haben danke dass die ranken ich glaube nicht ihr nicht doch sicher doch immer rein damit alter vater ist aber gedroppt so eigentlich schon die materialien beziehungsweise die baustücke freigeschaltet von den burgen da also das bei ihnen ist steiner nicht granit habe ich ja ich meine texturen die wände sowie bei den burgen da und so mit material gibt im schneegebiet was wir noch nicht gefunden haben gerade hatte genauso ein turm nachgebaut und wenn wir jetzt nicht gesehen ja die rankenlagen die fassbar okay so es wird nacht jetzt kommt die dach der wahrheiten ganz klar müssen gucken dass alle türen zu sind sieht alles gut aus wobei der server wieder da ist ja okay wenn wir sehen okay ist vielleicht doch nur beleuchtungsprobleme ja ja da kann ich verstehen aber ich hier ich doch sag ich doch mag ich doch das beleuchtungsproblem hier behoben oder müssen auch hier beheben da ist schwierig ok also brauchen wir hier noch eine lampe was gibt es noch für lampen alles mit breit korne aber noch breitkord hatte gehabt ich glaube ja ein bisschen hat man noch ein bisschen mehr jetzt gibt es die ganze lampen party aber einer gespawnt über eine gespawnt die sport hier nichts mehr freunde jetzt wird hier alles gelammt glaubt mir das er leuchten geht nicht vor allem ausrasten jetzt ich hasse die skelette und die kommen hier nicht wieder rein nein okay das sollte reichen das waren die letzten jetzt hier drin ist das hier ist was ist das noch kaputt gemacht da geht mir leuchten nein so ich hatte noch ein paar ranken besorgt für die schafe das richtige schafe also hinten noch zu dem anderen hier hallo scharf dann was für dich ja fast oder jetzt hat es gemerkt wir haben wir haben nur eine wolle das war das schaf was ich schon hatte also müssen wir das andere wiederfinden und die sind schon wieder durcheinander wahrscheinlich beide auf gleicher höhe als stopp du chris aufziehen keine fragezeichen das satt und man hat der mandat macht ja erwischt und ob nix robin was zum job robin hatte gehofft dich mal wieder zu sehen schön dass du hier bist soll es jemals neue bewohner für den dorf suchen ich wäre interessiert robin habe verloren ich habe keinen platz mehr ich mache es trotzdem kommen wir nicht vom sturm ich muss jetzt auch junge 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 jummisch hier ich muss uns mal raus stellen wir gucken was das macht wenn wir getroffen werden oder hier kommen wir lassen wir drauf ankommen warum muss ich blitze jagen oder hier wenn ich höre ich ich ... Musik ... Kann ich die Leute hier auch aus dem Dorf rausschmeißen? Hier sagen wir, hier ist geil, tut mir leid. Meine funkelte Persönlichkeit leidet darunter kein warmes Bett zum Schlafen zu haben. Bitte bau mir ein Bett, sonst werde ich das Dorf bald verlassen. Na ja, aber nur noch einen Tag, dann ist sie eh weg. Kann ich hier auch jetzt rausschmeißen? Ich möchte mit dir plaudern. Nee. Okay, haben wir noch einen Tag Luft oder dann ist sie weg? Dann holen wir uns Robin ran. Damit Robin nicht verschwindet, gibt es da einen kleinen Trick. Hallo Robin. Herr Robin, ich will dich auch tun mitnehmen. Was machen wir denn da jetzt? Vorsicht vor Ungetüben, sie sind groß, fies und hungrig. Kann sie nicht mitnehmen. Sie ist nicht so eine, die rumläuft und Erkundung macht? Okay. Freck ich mir. Okay, wir gucken jetzt nochmal wegen Werkbank. Oh shit. Na gut. So. Okay. Ich will dir das. Ich will dir das. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, wie sind die Beeren? Kann man schon einsammeln, geil Okay, und jetzt gucken wir, ob wir da noch schönes rauszaubern können Ein Früchtekuchen Oh, ich brauche noch Mehl Sehr ärgerlich Ich brauche mehr Felder Gucken wir mal, wer hier alles geschissen hat Wer sammelt Scheiße, Haufen Scheiße War es das schon? Ich habe nur zweimal geschissen Ich bin enttäuscht Upsi Ja mei So geht es aber nicht, Freunde Gucken wir mal ein Öffnerhäufchen machen Ich kriege ja kein Weizen hier Ist ja schade Ich bin ein Corona-rico N stands Bts Bt Bts Bt Bts Maiskorn. Ah, Maiskorn brauche ich gerade nicht. Ich brauche dieses eine dieses hier. Das eine Weizenkorn. Das will ich haben. Großartig. Damit werden wir eine ganze Weizenkornfamilie gründen. Schön. Wo kommt das denn noch her? Weg damit. Na Sky, immer noch unzufrieden. Mh. 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 Tschüss. Ich hoffe, du verlässt mich. Okay. Ich frage mich, ob die Schafe hierbleiben oder ob die irgendwann weg sind. wenn ich hier nicht fütter. Wenn ich hier nicht fütter. Ich frage mich. Oh, kaput gegangen. Ich frage mich auch. Oh, kaput gegangen. bei der todine hatte einmal angefangen kann ich wieder aufhören soll eigentlich schon längst schlafen der jung macht er nicht und wir sind das da eben noch unterholen das war gut das war gut junge 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 talent holz haben wir noch ausreichend da können wir hier noch mal das topping machen da sind sie Okay. Hallo. Anscheinend nicht. Das muss man bisschen ausklammern und so. Perfekt. Da hinten war noch was. Nö. Ich könnte hier so einen reinschummeln, aber das ist ja nicht notwendig, oder? Nö. Das lassen wir so. Dann hier muss noch eine Treppe hin. Na? Mal kurz vorbeizukommen gleich. Ja, ich hab gleich Zeit. Ballons noch. Die Plattform ein bisschen vergrößern ohne. So, da hinten haben wir schon. Wunderbar. Da sind wir hier soweit durch. Oh, Hühner sind wieder da. Ah, fast, fast. Essen passen. Jam, jam. Es frisst alles auf. Ich fasse es nicht. Das war nicht der Plan. Wofür mache ich die Stacks? Mein Gott. Das ist ja sowas. Weißkorn, Sam. Vielleicht. Klar. Immer weg damit, ne? Ne, das ist nicht mir zu helfen. Oben ist ein Upgrade verfügbar? Ja, ne. Leider nicht. Ah, kein Upgrade. Geht nicht. Geht nicht. So, ist Sky jetzt weg? Nein, die sind immer noch traurig. Schauen wir mal, ob das noch passiert. Schauen wir mal, ob das noch passiert. Schauen wir mal wegen der Werkbank. Naja. Ja. Fertig. Wo bist du denn jetzt? In der Base. In der Base. Ah, das ist ja praktisch. Da muss ich eh gleich hin. Schau mal den Türsteher, ne? Die Farbenbomberin. Die macht das schon. Ja, warum der Upgrade steht bei den Dörfern noch, das verstehe ich nicht. Also eigentlich ist da nichts mehr möglich. Ach du ahnst es nicht. Was ist das denn? Mal nun die tun. Mit? Was? Mit? Mit? Ja, einfach mal ausprobieren. Ja, probieren wir mal aus. Aber lenken kannst du das Teil nicht, ne? Erstmal noch nicht. Naja, okay. Weiß ich, wir haben ein Ticket. Ist alleine los? Was? Ich finde, dass es dunkel ist. So. Können wir auch auf den Tag verschieben. Hä? Ah, wäre irgendwie cooler, glaube ich. Ja. Das hier wird so ein Labor. Ha. Labor. So, dann schauen wir mal, ob wir noch Kupferbachen sind. Ah, nicht mehr ausreichen. So, wir werden welche bauen. Oh je. Okay. Ey, wie gesagt, das mit dem Lenken wäre quasi die Variante, du baust das ran und zerstörst es wieder. Aber da warte ich lieber, bis die mal was anbieten. Naja. Ja, ob wir da doch genug rauskriegen, ne? Unwahrscheinlich. Äh, was? Kippe 7 raus. Ne, das reicht nicht. Ding ist, in dem einen Video hat er sein Dorf aufgewertet, in dem er einfach tonnenweise Seegemühlen aufgebaut hat. Echt jetzt? Wartenfäule Hund. Noch, ne? So, ich hole mir noch ein bisschen breit vor. Bisschen breit vor. Das war's, die Strecke weitergebaut, oder? Was habe ich weitergebaut? Decke. Ja, ja. Ich bin jetzt fast fertig. So, jetzt dürfte ich echt kein Zigillett und nix mehr. Guck mal, die chillen schon mit Marshmallows und so. Geil. So, Breitkorb. Wo haben wir's? Oh, 30er Stack. Perfekt. Gucken wir mal noch mehr. Jo, noch neun und zwei. Oh, noch mehr. Okay, weiter mal. Dann nehmen wir nochmal ein Stack mit. Für die Sicherheit. So, irgendwelche Skelette, die jetzt hier noch es bohren möchten. Nein? Gut. Jetzt haben wir aber die Schnauze voll dann. Mein Lampenmanagement war nicht gut. Grade verfügbar. Nee, stimmt doch gar nicht. Oder ist das ein anderes Dorf? Nee, das blinkt ja das hier. Versteht das nicht. Was kann man hier... Freundliche Forscher werden das Dorf besuchen. Forscher. Nach ner Falle. Freundliche Forscher. Ja, das ist irgendwie zu doll betont. Nix. Oder kann man jetzt hier noch einen zweiten Dorf kämpfen? Nein, kann man nicht. Ich glaube nein. So. Achso. Wir waren ja dabei hier... Guck mal, was wir besorgen. Guck mal, was wir besorgen. Guck mal, was wir besorgen. Oh, hier steht auch Upgrade verfügbar und das ist Dorf 2. Ja, kein Plan. Okay. Ähm, da läuft das. Nachlegen, kommt genau richtig. Äh, wieso hat der denn jetzt Planken gemacht? Oh, das kann. Das heißt, die... die Strecke beim Zug, das liegt noch offen, oder? Dem beschwingend. Ist da nicht geschlossen dann, ne? Ne, ist nicht geschlossen, ne. Die sind nicht geschlossen. Offenbar alles. Also es würde halt Sinn machen, die Endstation an nem Hügel oder irgendwas Höheres zu haben. Dass man sich nicht so weit hochbauen muss, damit man... War da was in der Nähe, oder? Wurst du? Wurst du? Wurst du? Äh, wo war was in der Nähe? Komm mal mit sonst kurz Mal schnell gucken Fertig stellen Du willst jetzt die Strecke zu Ende stellen Ne, ne, warte Ich muss hier noch kurz warten Auf meinen Kupferbarren Will ich noch verbauen Weil dann habe ich das Inventar leer Ja, ich baue nochmal schnell den Zug Ja Ich kann das ja auch abkürzen ein bisschen Fünf davon nehmen Wollen wir so jetzt hier noch einwarten Ich bin gespannt, ob sie in dem Spiel Auch noch ein Weihnachtsspecial machen Würde sie hier fast anbieten Hi Bitch ist geil, du bist ja immer noch da Was ist da los Ich wollte mit dir reden Ich habe mir überlegt Diesen Ort zu verlassen Ja, endlich Hasta la vista Brauche ich euch unbedingt ein Bett Null Tage verlassen In null Tagen will sie verlassen Ja, da geh doch Mit Gott, aber geh Ja, gehen sie schneller Die geht niemals Das ist eine leere Drohung Ist das Ja, wir kennen das schon So, gehen sie nochmal kurz weg Hier wird aufgerüstet So, ist das schon die beste? Ich glaube ja Jo Jetzt ist offiziell dieses Dorf fertiggestellt Sehr gut Anders wird es nicht mehr Jetzt haben wir auch noch eine Kuh hier Das ist ja verrückt Herz allerliebst Wir haben Hühner, wir haben Kühe Wir haben Schafe Schafe, wo seid ihr? Okay, Schafe sind weg Okay, das ist ein Komm und Gehen anscheinend Ach, leck mich Und einsperren kann man die auch nicht Also, naja Irgendwie noch ein bisschen Holzauflage Oder? Ob zu hauen gehen Nö, nicht wirklich Stimmt Ich will nichts Holz haben So, den Weizen nehmen wir Und es wird kleiner wieder Dann gehe ich mal zu den Birken Äh, ja Jetzt ist ja Ist das Tag jetzt? Das ist jetzt Tag, ja Ich weiß, Wetter Das ist mein Werk, ja Äh Was willst du Wo fährt es denn zuerst Bock? Bahn weitermachen Oder aber einmal Schnee hier fliegen? Was fliegen? Achso, fliegen, ja Fliegen Na klar, fliegen Wo fliegen? Da fliegen wir ja dahin Nein Nein Warum nicht? Warum nicht Also, ja Nee Nee? Habe ich die nicht gerade genommen? Die Düsen unten entfernen Und an die Seite setzen Den Aufmassen sich so rumdreht Das ist kompliziert Was ist hier gerade passiert? Ach, ich bin blind Das ist passiert Bin blind geworden Also, leck Server leckt Und ich gebe einfach dem Wolf den Todesstoß So, ich komme zum Ballon Äh, hier ist ein Boss Weißt du Ist der Easy Im Grasland jetzt Oder? Ja, ja Er ist Hustet so einmal anders Weg Was? Den hustet so einmal anders Er ist weg Ja, brauchen wir den überhaupt noch? Nee So, ich will es mal Ballon Ja, ich habe Pols gesammelt Fahr mal los, ne? Tschüss Bye Neun Neun Neun, sagt er Okay Ja Ja Hättest die Düsen nach oben gepackt Dann hätte ich da runterfahren können, ne? Hier ging es um einen schnelleren Start Aber man kann es theoretisch immer noch Kann es theoretisch immer noch wechseln, ne? Ich würde natürlich auch sagen Wenn du jetzt in eine bestimmte Richtung fliegen willst Dass man die auf die Seite packt Ja Ich würde eigentlich schnell starten erst mal Ja, mach mal Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt das irgendwie schockt Nein, los Tschüss Oh, Abbruch Was? Die sind doch eigentlich gut verteilt Ah, eine ist weg Weg Was ist das für der Grund? Nun denn Es geht auf jeden Fall nach oben Ja Ja Wir können so ein bisschen in eine Richtung schaufeln Das ist die falsche Richtung Obwohl, so können wir erkunden Ja Äh, lassen die Ballons irgendwie nach? Ja Oder penseln sie sich das jetzt ein? Ja, weiß ich nicht Hier ist warm Aber wir haben die Wüste geschafft Oh je, oh je Oh je, oh je Oh je, oh je Ah, guck mal Wir kommen schon in die Richtung hier, ne? Ja, ja, wir kommen in die Richtung Ah, deswegen habe ich das Geländer Oh 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 Deswegen habe ich das Geländer reingebaut Vielleicht sollten wir das Geländer noch ein bisschen erhöhen Ah, echt? Ah? Ja, ja Ja Besser? Ja, aber jetzt Vollstoff Nein, du musst abbrechen Was denn, Idiot? Was denn? Ich bin doch da Ja, ich nicht Wie, du nicht? Man, warum übertreibt man denn so? Jetzt mal ernsthaft Ja, dann musst du auch mal ausprobieren Nein Doch, Gänzentest Oh Mann, ich wollte fliegen Ja, ich bin ja noch Ja, du Du musst dich hier hochbauen Ach, scheiß, Mann Und nun? Ja, viel Spaß Soll ich einen Ballon weg zu ihm? Mach mal einen Ballon weg hier in der Mitte Habe ich noch seinen Stoff dabei? Ich habe noch seinen Stoff dabei Ne, warte, warte Katz Bist du jetzt selber runter? Was ist jetzt passiert? Das Geländer ist mir auf den Kopf gefallen Ja, ich glaube, das war nicht der Ballon Ja, auf jeden Fall sind wir geflogen Ja, wir hätten ja noch viel weiter fliegen können, wenn man das mit Gefühl macht Ah, wer sprengt denn da was? Sag mal Ach, hier, Dynamitengang Oh, Digga Boom, tschakalaka Er hat einen Burger dabei gehabt Wahnsinn Oh, hier Pfeile Nehme ich mit Und Mehl Auch sehr gut Stop Probier ich mich mit den Rüsterfest Gezuia Wenn mich überall Ja, ich muss sie Wow nichts gutes drin schön also die kisten sind echt schlecht bestückt muss schon mal sagen oh Oh! Gassade Ja, 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 ja! Ich weiß, was du... Ah, lass es! Bitte mich! Danke! Jetzt hab ich zurück zum Place... Place-Gebiet was... Ah? Kann ich dir auch empfehlen? Äh, warte mal, ich hab mein Bett falsch! Tschüss! Ich hab mein Bett falsch! Was ist denn denn? Auf Schnee! Ich hab's im Schnee! Was? Im Schnee? Nee! Was? Nee! Nichts! Mein Bett ist im Schnee gerade, aktuell! Deins ist im Schnee? Ja! Alter, wo bist du denn? Was? Das ist Toni, ne? Toni, ja! Toni ist am Arsch der Heide, ich weiß gar nicht warum! Also willst du dich nicht bieben lassen? Nee, ich bin ja nicht im Schneegebiet dann! Oh! 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 Ja! Okay, das heißt fliegen irgendwie ein andermal! Aber schade, eigentlich hätte man gut in die andere Richtung fliegen können jetzt! Ja! Also da war ich überall noch gar nicht! Wir sind genau bis dahin gekommen, bis wo ich schon mal war! Hätte ich so einen roten Schalter da ran bauen dürfen! Ha! 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 Da war ein roter Schalter da! Den muss man drücken! Das ist nun mal so! Ja, aber mit Gefühl! Und wieder... Ja! Hätte ich ihn einfach nur nochmal drücken müssen, dann ist wieder aus! War aber viel spannender, ihn länger zu drücken! Ah! Nein! Glaube ich! Riesen wurde wies! Es sei denn, du stellst neuen Seidenstoff her, Matze! Dann könnten wir nochmal... Reidenstoff! Das war nicht leichter als das! Das war das teuerste da dran, glaube ich! Reidenstoff ist doch easy peasy! Aber die Technik hat ja funktioniert! Okay, ne! Hallo! Hallo! Ihr Fortnite? Ja! Ui! Eher Lego, ne! Ja! Schon ein bisschen mehr Lego! Sonst würden wir sie auch nicht spielen, ne! Seid ansatzweise vergleichbar mit Valheim, ne! Okay! Die Prinzip her, ne! Ja! Ja! Blutenkämpfen bauen! Blutenkämpfen bauen! Blutenkämpfen, man! Das ist ein sehr guter... Warte mal! Ah! Die kenne ich doch! Ist das nicht Sky, hier die kleine... Was geht bei dir so verschieden? Hier aktiv! Ja, add on, ne! Also... Neuer... Neuer Content! Neuer was? Content! Content! So, ich mach jetzt hier erstmal schön... Was? Fleischpastete gibt's auch! Oh! Oh! Fleischpastete ist ja lecker! Aber wirklich gut! Ach! Ach den Toni die ganze Zeit! Und wo ist er eigentlich? So weit im Süden, dass ich gar nicht runterscoren kann! Plattform war ja auch okay von der Grüße, ne? Jo! Das korrekt! Ich müsste vielleicht besser absichern, dass man nicht rausfällt! So! Also wir ja Seide nehmen! Was da schon reintun? Ne! Geht's noch nicht! Ja, du hast ja ganz schön viel neuen Content abgekriegt jetzt bei... New World, wa? Wie er schon fertig? Ja auch! Geht jetzt Schlag auf Schlag! Richtig, zum richtigen Zeitpunkt wieder eingestiegen! Ja! Die einen sehen das so, die anderen so, ne? Ja, dann ist das richtig! Weil... So was noch mal sagen muss, uns geht's Eide aus! Hey, Raptor! Bester Mann! Ich weiß, was du hast! Das ist jetzt chillig, Lego! Ja, wenn man... Also ich hab früher auch mal mit Lego gespielt, ne? Das kannst du halt hier dann noch viel mehr machen, ne? Und jetzt... Ich hab hier angefangen, so Projekte zu machen, wie ne... ne Schiene... Also Zug mit Düsenantrieb... Und jetzt... Machen wir Ballon! Aber Mats hat grad unser Ballon gekillt und mich rausgeschleudert! Okay! Hört sich so negativ an! Ja... Weiß ich nicht! Genau nicht! Hier ist sonst noch jemand am Arbeiten! Nein? Weiner? Jetzt die Frage, ob ich's nochmal so hinkrieg, weißt du? Robin... Willst du auf dem Dorf mitkommen? Sag mal... Die Frage! Ne, sie hat irgendwas besseres zu tun! Hallo! Tubby! Oh ne, da ist jemand! Ganz kurz! Wollen wir... Wollen wir in dieselbe Richtung fliegen? Matze? Und dann? In dieselbe Richtung nochmal? Da warst du auch noch nicht so weit, oder? Oder doch? Hm? Das heißt, ich könnte die Düsen ja diesmal direkt seitlich befestigen, oder wieder von unten, dass das so kippt. Ja. Naja, das Ding ist mit dem von unten, das sorgt halt auch gleichzeitig für ein bisschen Auftrieb. Die Frage, wie sinnvoll das war. Aber an sich waren wir hoch genug, ne? Mit den drei Ballons. Jo. Genau. Trio 4 machen dann hier in die Ecke ein, aber... Da soll ganz viel Düsenmaterial mitnehmen und dann immer in die Richtung du willst, äh, baust du so eine Düse ran. Du baust die wieder ab. Ja. Ja, dann musst du die ja von oben bauen. Ja. Kannst du noch Material einstecken? Ne. Ne. Oh. Also ich spiele auch oft nur so... Dann geht's ab. Das wollte ich nur sagen. Ich spiele an sich auch anderen Kram jetzt so. Ja, ich spiele erstmal ein bisschen mit Lego. Ah, das Ziel. Hier ist halt der Content auch bald erschöpft. Ja, mach dir erstmal. Frisch mal hast du schon entschieden, der kommt nie wieder. Oh, ich komme da. Ich bin grad wie goodbye. So, ich hab jetzt viermal Seitenstoff. Erstmal auf den Schluss. Jo, macht's gut, viel Spaß. Tschüss. User disconnected from Returnal. Äh, was meinst du? Also viermal Seitenstoff habe ich. Mit fünfmal. Das ist wenig. Ich hab noch... Ne, ne. Ist doch okay. Mit sechsmal. Ich hab jetzt dreimal. Hm. So, ich muss ja auf mein Bett hier noch gesteigen, ne? So. Oh. Ah. Einmal im Bett liegen. Chillen. Gut. Ja, also, ich baue die Plattform jetzt einen Ticken größer. Also, wäre natürlich... Pier Ballons zu haben, ne? Pier Ballons. Pier Ballons. Hast du noch... Würdest du noch ein bisschen Nahrung herstellen? Nahrung? Ja, Nahrung. Oha. Geht's erstmal zurück in die Lobby. Guck, ob man die zwölber umstellen kann. Gehe ich das denn richtig, dass Tony noch auf dem Server ist? Ja, ne. Ist falsch. Also hier in der Lobby ist er nicht. Ich glaub, der schläft schon ganz schön. Weil mir wird irgendein Spieler angezeigt im Süden. Ja. Ist er wahrscheinlich, aber ist ein Fehler. Oder er hat sich eingeloggt und macht Decks. So. Kann man hier was machen? Die Frage ist... Warte mal, wenn ich ans Geländer pack... Du musst ja quasi so viel Platz haben auf der Plattform, dass du unterwegs Büsen ranbauen kannst, ne? Jo. So. welche so das mit legosteinen vergleichen auswahl noch echt richtig gering also einfach von diesen standard steine keine einzelnen steine keine kleinen keine einzelnen reihen und sohne auch recht wenig so er hat einzige was so einzelne rein sind zäune und geländer und so hat in der düsen anbringen lecker früchte kuchen das ist jetzt schon das problem an länder kann ich keine war sie noch mal zwei reihen weiter bauen da wurde ich habe gerade die ranke zugreifen habe ich sie nur weggeschnappt ja nix böse dazu wird dann einfach gemacht so uhr weizung wer danke bester man der raptor die zu kürzen kürze serien wenn ich die über frage sagt sie hier 98 prozent lächerlich viel zu lahm und tabi hat auch nie was fertiggestellt 53 geschafft das verstehe ich jetzt nicht äh mal zu weit verstehe ich das nicht jetzt ist wenn eine bodenplatte bauen wird grün angezeigt und alles so als wäre es alles toll kann sie trotzdem nicht platzieren woher liegt das wie ne hä hä in der grund ich nicht verstehen nix verstehen benötigt ein stützendes bauteil na siehst du wohl er gibt aber trotzdem keinen sinn kann ich es auf der rechten seite ranbauen auf der linken seite nicht also das ist eine wand auf der einen seite kann ich es ranbauen auf der anderen seite nicht das ist kein sinn was ist einfach so das ist ein streiches ein das ist ein die sind zehn seien stoff sind jetzt hier ich war ganz viel kürmiskuchen damit sollten wir ihn locker hin bekommen das ist eigentlich diese fleischpastete kann gegessen werden halt und senkt den hunger ist gar nicht mehr so verkehrt sind nur getoppt durch pizza okay bürger haben wir dabei die bären können wir wegpacken diese gut Okay. Okay, okay, okay. Okay. Gut, das Essen ist soweit fertig. Gut, das Essen ist soweit. Ja, man kann tatsächlich auch Flugzeuge und Raketen bauen. Das ist eine Treppe jetzt. Das ist alles aneinander gesetzt. Nein, also Ballon würde mir schon reichen. Wie habe ich denn alle Stücke tief gesetzt? Ich setze das Stück an die Kante und es wandert von alleine nach unten. So. Mein Ding. Ich wieder nicht. Oh, weil du rechst das Glück durst? Was? Habe ich das da drauf gesetzt? Naja. Habe ich das da drauf gesetzt? Zerstöre ich das da drunter? Wandert es wieder? Geht's einigermaßen, oder? Strange. Manchmal. Manchmal. Ja, überall. Das hat manchmal komplett einen eigenen Willen, ey. Ich will ja einfach nur, dass das hier drauf eine Fläche gibt. Vor allem nur noch die gleichen Bretter. Oh, runtergewandert. Da gibt's leider nichts in der Größe, was das genau füllt, ne? Ne. So, ich gucke nochmal nach Sky, ob die jetzt mein Dorf verlassen hat. Endlich. Droht sie ja schon lange mit. Ich glaube, der Kautor hat sich bestimmt nur zurückgesetzt. So, da ist sie. Na, gucken wir mal. Na? Kannst du mich Camper nennen? Aber ich brauche nur einen Schlafplatz für die Nacht. Ich glaube, mach in deinem Dorf halt. Oh, sie hat das echt verlassen, oder was? Ja, sie hat's verlassen. Tschüss, Sky. Du kommst nie wieder. Ich hab da jemand Neues. Haha. Robin. Die Frau mit der pinken Tasche. Die kommt jetzt zu mir. Wenn ich sie irgendwie hinkriege. Ah, das wird natürlich ein Problem. Die will ja immer nicht mit einem laufen. Schauen wir mal. Eben war sie da. Mal gucken. Okay. Sonst muss ich warten, bis sie beim Dorf ist. Du! Ich weiß nicht, ob ich die Fundamentstücke nehmen wollen. Aber das kann ich... Kann ich die Raketen nicht ransetzen. Okay, dann? Denn da geht nicht. Crazy. Die Bände sind zu ruhig. Da bleibt nur dieses fette Fundamentstück, Matze. Ja. Ich mein, da gibt's nix hier. So dünne, kleine Wandstücke oder so. Das ist viel zu groß. Ja, das auch. Ja, bleibt nur das Fundament. Ich mein, da ist die Auswahl echt begrenzt. So. Jetzt machen wir halt so, dass man dahinter kommt. Quasi so. Da folgst du jetzt. Wo muss sie denn jetzt hin? Sie muss woanders sein, sagt sie. Aha. Ah. Oh, jetzt... Jetzt macht sie irgendwas. Ich glaub, jetzt ist sie bereit. Sie ist müde. Ha. Du, direkt ihr Schwert wieder raus. Unfassbar. Aha. Hättest du jetzt n Dorf, ne? Leck, leck. Was war das? Ha. Ich versteh, ich versteh diese Frau nicht. Geht sie wieder rein. Ne, geh mal ruhig weiter. Ne, ja. Ist gut. Ich seh mal gar nix hier, ne? Äh, ist der Server tot oder so? Was? Der Server tot oder so? Ne. Ja, weil ich stecke jetzt einfach in der Holzplatte drin. Und nicht mehr raus. Ja, da steckst du fest. Ja. Soll ich dich befreien? Ja. Danke. Oh, fuck. Der Vogel ist geklärt. Was soll das denn? Wo ist denn hier drin? Ja, und ich kann es jetzt nicht wieder zubauen, Matze. Irgendwas ist bei mir verbuggt. Ah. Hey, da kann ich es hin bauen. Da ist sie wieder. Warum? Schlimm, Robin. Schlimm, 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 schlimm. Ich muss warten, bis ich in meinem Dorf bin. Ich warte jetzt in meinem Dorf, bis Robin da ist. Ja, 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 ja. Kann noch nicht sein, dass ich da kein, also, ne. Die Frage, ob ich, wenn ich Sky wieder aufnehme, ob das dann wieder klappt oder ob die dann wieder nicht. Ich kann das ja nochmal mit mir probieren. Einfach für die Wissenschaft. Aha. Leckt mich doch. Lichter bringen gar nichts. Die Skeletten ist doch scheißegal. Die spawnen überall, Mann. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Ah, okay. Okay. Liebe in meinem Dorf. Ja. Ich fühle dich wie zu Hause. So, ist sie jetzt offiziell aufgenommen? Ah, jetzt hat es geklappt. Okay. Jetzt ist alles tutti-frutti. Können wir auch einen Job geben? Alt, stopp. Hey. Die bleiben hier nicht ohne Job. Äh, Hilfe im Dorf. Mach mal Verarbeitung, äh, das hier. Danke. So, Michael ist fertig. Was hat Michael so produziert? Geschliffenen Bärenstein. Klar, nehme ich. Danke, Michael. Okay, wir haben zwei Dünger. Da können wir jetzt zwei Felder bauen. Wenn wir eine Schaufel hätten, haben wir nicht. Also, ich lüfte. Okay, 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 okay. Die höreste aber schnarchen doch. Die Sky. Blüm. Also, wie man sieht, die Lichte haben es nicht gemacht. Jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit. Die werden wir nochmal gleich aus Paldovern. Hab ich einmal zu viel Erde genommen. Also, es gibt ja nur noch die Möglichkeit, dass die da wegen dem schlechten Zaun da spawnen. Also, wir könnten gleich los, wenn's zack ist. Hast du noch ein bisschen Zeug für Düsen und so, oder? Düsen? Ja. Ja. Also, ich hab nix. Also, ich hab nur die Seite drauf hergestellt. Ja, alles Gute. Muss ich jetzt noch einpacken. Ja. Was wollen wir jetzt machen? Ja. Da war ja was. So. Jetzt geben wir hier nochmal eine... Stieh nicht. Wieso... Der nicht dransetzen kann. Ist der kaputt? Beides Fundament. Ah. Das war nix. Schon wieder zu viel ist. Matsch. Okay. Das ist natürlich schlecht, dass da noch so ne Lücke ist. Nochmal so. Okay. Aber jetzt gucken wir nochmal, ob das immer noch so ist, dass die hier spawnen. Wenn ja, dann weiß ich auch kein Rad. Mal wirklich abgucken. Hier ist die Wand irgendwo... Nein. Weil die Platte da drunter ist, oder was? Ja. Hier ist es auch ein bisschen knapp, aber das ist okay. Würde ich sagen. Ist auch nicht genug Holz, das zu fixen. Ah, okay. Tatsache. Ich kann einfach nur kaputt machen. Okay. Motz, ich komm der Sache näher, glaub ich. Ich dir jetzt. Hier außen drauf stehe. Ich kann sie trotzdem nicht ran sitzen. Was soll denn das? Es macht einfach so. Hier steht es einfach nicht. Warum? Die ganze außen sitzen. Kann die Ecken noch erweitern. Boah. Ja. Also wenn das so weiter geht, wird das ja ein Hausballon, ne? Ein anderes Objekt ist im Weg am Arsch. Hier ist doch nichts. Was soll denn da... Was soll denn da am Weg sein? Da war doch gerade ne Platte. Muss ich auch nicht sagen, doch. Ich verstehe es nicht. Oh. Da ging waschi. Achso. Achso. Das Objekt war im Weg. Nicht im Weg war. Okay. So. Jetzt schauen wir nochmal, ob das mit den Skeletten nochmal passiert. Es hilft ja nichts. Alles einsammeln an Knöchelchen. Nee, reicht doch nicht. Für zu machen. So. Kann ja nicht sein, ne? Achso. Okay. Fine. Halt stopp. Da war noch was. So ist es richtig. Uh. So. 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 Was. So. 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 Hm? So, dann machen wir hier nochmal eine Scheiße Infektion. Habt ihr hier immer seinen Haufen gelassen? So viel Leid? Nein. Ich glaube, man muss sich mal füttern, damit die Häufchen machen. Das sieht ganz stark nachher aus. Wobei, da liegt ein Häufchen. Eingesteckt. So, noch ein Häufchen. Sehr gut. Weitermachen. Oh, und da ist auch noch ein Häufchen passiert. Okay, Matze. Passt schon. Was denn? Das reicht, was das Häufchen-Protokoll angeht. Häufchen. Häufchen sind wichtig. Das ist richtig. Wo sind sie denn? Da. Für Himbeersamen. Magst du das? Klar. Das gibt jetzt Himbeermilch. Nein? Gerade. Hätte ja klappen können. So, ich muss auch noch mal hier so einen Armbruch bauen. Oh. Ich muss mal gucken. Passt. Passt. Nur noch kurdeln. Ich glaube, sowas habe ich nicht. Oh, ich habe ja noch Dünger. So was. Ja, da müssen wir euch mal den Job geben, irgendwas außen da hin zu bauen. Ritzel. Ja. Silas macht doch irgendwas. Silas. Besser Mann. Ah, okay. Er macht was hier. Auch nicht schlecht. Weitermachen. Und Ritzel. Ja, nee, nicht ganz. Okay, ich sollte öfter mal hier vorbeikommen. Ach, du Scheiße. Die war ja fleißig. Okay, 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 okay. Ab nochmal. Lass mal weg sortieren hier. Hat sie übertrieben. Okay, so passt's. Was war das? Wohlfaden, nö, danke. Aber die, die ist, die ist, die, die Kordel macht. Drei. Was soll ich hier raus? Haben wir hier irgendwie dieses Gewitter. Schwerlich. Ich kann mit Kordel glaube ich bauen. Ne, kein Seil. Ich kann weg sortieren, ne? Hey, heul mich, Alter. Alle Hütte. Ach. Lüffen und Bärensteine. Brauchst du was? Die Aura, du hast sowas gemacht. Ah, 83% geschafft. Da bin ich aber gespannt, was da mal rauskommt. Oh. Ich will den mal machen weg. Ah, ich wollte den erwischen. Hab ich nicht geschafft. Hade. Oh, begriff mich. Hallo. Überraschung. Ich sitze immer noch an der Tür. Gehe ich halt hier lang. So, Säule. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir noch nicht. Können wir aber bauen. Alles. Außer was für Seile. Seile, ne? Ne. Doch. Doch. Aus Ranke natürlich, ich dämmel. Ja, 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 ja. Dann gehen wir ein paar Bücher fahren. Okay, das klappt. So, das heißt wir wollen ja erst in diese Richtung. Kann ich da ja schon welche dran setzen? Ich sehe sie da. Nee, nichts von euch, geht weg. Schönes Wetter. Nö, da kann ich jetzt auf der Plattform nichts mehr drauf bauen. What? Was geht? Strange. Damit kriegen wir auch die Seile. Okay. 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 So. Okay. 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 ja 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 doch doch ja ein bisschen mir das mal weiß was für das was kaputt gegangen das hat hier rausgeschmissen das hier wichtig und jetzt wird es dunkel jetzt wird es über spannend werden hier skelettes born steht alles gut what the fuck man also wenn beim bauen bist dann machen die lecks ein echt fertig ist das im back oder sowas sondern weil nur sechs säulen hast du die ganze ist hat geleckt und die ganzen fucking düsen sind einfach abgefallen oder was dumm ey wo sind die tinnen verstehst nicht kann ich mir schon keine mehr leisten äh Mats hast du bock holzstäbe kurz zu produzieren bist du in der basis oder woanders stebe ich habe 30 stück mal gut euch noch für düsen ringpulver und fackeln fackeln meine noch also die plattform steht jetzt eigentlich nur noch ballons ran und bisschen probierend einpacken quasi da hat mir einer vor die haustür geschissen so kein skelett bis hier hatte mal gelebt geboren dann wird sie einfach nicht los aber viel weniger als vorher hier noch das nicht ich habe ich habe die 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 Nun gut Ist noch 30 Seidenfahnen Hab ich gerade gefunden Ja Okay Okay Hier oben gleich wieder Dann können wir eigentlich los Ah Hier nochmal die 30 Seidenfahnen Reingepackt Laufen So passt's Wolle Jawohl Wolle Wolle Du Granit Wo kommt der denn her Und wir haben noch eine Kralle Oh, verwenden gedrückt, schade So Okay Fertig Jetzt warten wir Gut Hier müssen wir warten. Oh je, mini. 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 Oh, dann mal los. Oh je, mini. 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 Was war das? Oh je, mini. 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 Oh je, anything. Das ist von der Home. Okay, 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 okay. Mal los. Wollen wir vielleicht noch jemanden mitnehmen? Was? Wollen wir vielleicht noch jemanden mitnehmen? Nein. Nee, von dem Dorfbewohner. Shit, ich steh nur im Weg. Ja. Oh, oh. Das war Rumpelstart. Ja. Weiter, ne? Guck mal, jetzt fliegen wir gar nicht so hoch. Ja. Ja. Was heißt das? So cool. Gut, oder was? Weiß ich nicht. Also nur einen dritten Ballon dazu tackern. Soll ich, oder? Ja, klar. Fettig, ne? Jo. Zack. Boost. Machst du so viele Ballons dran, bis wir nicht mehr höher steigen. Oh. Oh yeah. Jetzt geht's rund vorne. Kannst du? Was? Kannst du tun? Kannst du tun? Kannst du tun? Kannst du tun? Was? Jetzt haben wir ein Luftgefährt. Ich hätte nur eine Richtung, aber das ist egal. Ja, theoretisch. Bittisch nicht. Dann musst du die Düsung abbauen. Du hattest jetzt bei dem anderen den Ballon zerstört und dann ist alles kaputt gegangen, oder? Ich glaube, ich habe die Plattform einfach nur getroffen. Ich glaube, ich habe die Plattform einfach nur getroffen. Jetzt können wir richtig bis ans Ende der Welt. Okay, ne? Ja. Hi. Kleines Stück der Störner drauf. Scheiß drauf. Oh ja. Muss jetzt wieder alles kaputt. Oh oh. Oh ne Düse mehr, oder reichen drei erstmal? Reicht. Ja. Wer denn jetzt hier auf der Karte? Okay. Du betrittst den Strand? Ja ne. Mehr oder weniger, ne? Ja ich muss hier. Ja. Doch. Ich bin hier da. Ich bin hier auf der Karte. Frau, was wäre der Karte? Ja, der Karte. Oh. Ich bin hier. Ich bin hier bei mir. Ich bin hier bei mir. Ich bin hier bei mir. da habe ich schon mal ein paar Karte. da links ist noch eine insel aber jetzt ein bisschen auf das ist der kleine was geil ist wir fliegen halt trotzdem nicht gerade ja wissen wir schon nicht mehr wo wir wohnen so flimmert auf jeden fall noch als wäre das süße hier ja ein optisch geht also sehr sehr weit oder auch nicht die sonne ist das die untergeht ja dann genießen wir die letzte zeit sich bewegt stirbt ja ich sag mal so pech gehabt ich bin voll stoff ich zerlegt okay haben wir das jetzt auch haus im foto abparken und update für die fahrzeuge ans dringend mein schöner ballon kaputt gemacht der riesbord funktioniert nicht ich muss erst mal suchen ich fall runter und ich bin halt immer noch im wasser na komm ich zum strand was wo bist du im wasser wasser hier war im bett lass mich jetzt töten und dann ist gut dann komm ich ins bett hallo skelette ich brauche hilfe nachbarschaftshilfe da kriegen wir das hin naja ich bin ja sonst wo alter au ey kratze ich bin hier an der base und die die kriechen aus dem stück garten aus dem pflanzenbeet ja das macht doch gar keinen sinn ne macht keinen sinn oh shit ich dann an der gleichen stelle ha ha aber mir ist kaputt ach du ate nicht oh das wird ein mörder marsch oj oj bist du denn jetzt kann das spiel so kaputt sein ganz tief im süden ich sehe so nicht mal aufgedeckt da waren wir noch nie das richten ballon bauen hat sich ab das schwede junge das kam jetzt hier schön für der wasserfall für die 5300 meter weg wunderschön minuten oder na denn da brennt licht da kann man noch fragen nach dem weg ja gut wir wollen abenteuer haben wir müssen kommen was soll ich sagen nein nein die kriege ich meinen arsch man sich muss man ja sagen hat das fliegen selbst hat ja gut funktioniert das sind böse buchen ja mann brot essen geht weg aha fertig so dann frage ich euch mal die lieben leute seid ihr dabei seid ihr geil wollt ihr die skelette weg machen ich nehme eure kiste und ihr nehmt die skelette ja haben wir ein deal beim deal oh ein kurzschwert tschüss wenn sehe ich dich noch als markierung das ist total nett ich weiß in welche richtung ich muss ich muss aber lieber ist nur das echt am arsch ne baue ich mir eine neue base baue mir einen ballon und dann komme ich irgendwann in 10 tagen vorbei ja skelette das hast du genau richtig ausgesucht ich finde wohl was ist denn hier meine block ich wollte nur mal gucken ist ja gut ist ja gut gut da gibt es nur noch den notausgang hier hey hey nur noch 4900 meter schön ja mei da habe ich pech gehabt verstehe ich aber nicht warum kommst du in die base und ich nicht hattest du noch ein bett oder ne das ist mir du 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 Das war's. wir wollen ja einfach nur zeigen wie groß die welt wirklich ist und ich dass sie nicht zum ende der welt reisen muss um viel zu erleben so hört hört in der bogeschütze drauf aha hallo ihr ritters leute habt ihr bock ich bin nur in eure kiste ist kaputt ohne moment druck auf dem wort fröhung diesen sollte so Da fällt dir auch nichts mehr zu ein. Mir fällt dir auch nichts mehr zu ein. Ein anderes Objekt ist im Wege. Ich verstehe doch nicht was. Hey. Freunde. Freunde, da sage ich nur nach Haltung. Hör auf damit. Da kenne ich nur eine Belösung hier. Woher keiner sage, ich will nicht kreativ. So. Du können wir sprechen, Lady, ne? Ja. Ich würde sagen, ich habe sie erfolgreich vom Ton gekriegt. Und jetzt kann ich ganz entspannt nach oben looten. So sieht es nämlich aus. Rot. Sehr gut. Ah. Auch schon das Beste. Warten Sie mal kurz, Lady. Ich muss hier mal kurz was essen, ja? Und weil die so nett waren. Direkt in die Luft gesprengt den Scheiß. Nix wird gemacht. Okay, tausend Meter haben wir schon mal geschafft. Sehr gut. Ob ich das bis zum Server-Restart schaffe, ich bezweifle das. Hallo. Ihr habt auch eine Kiste, ist ja Wahnsinn. Ja, ich werde mal an den Bäumen hängen, das ist ärgerlich. Und hier ist der gleiche Scheiß wie immer drin. Flimm. Ach so, Kacke, jetzt muss ich durchs Schneegebiet. Oh. Darauf bin ich ja nicht so vorbereitet. Hallo. Oh, ich habe gehört, hier habe ich eine Kugel. Ist das leer? Nein. Da war ein Server-Leg. Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss hier los. Boah, ist das stressig, das Server-Leg. Ja, Stress. Okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite vom Schneegebiet anscheinend. Das ist irgendwie witzig. Kannst du mal in die Richtung kommen? Ich komme in deine Richtung, ja, ja. Sind 3.900 Meter weg. Du machst Fortschritt. Oh, da ist ein ganz hoher Berg, wenn ich von da runterhüpfe, ne? Da ist ein einzelner Baum drauf. Also du machst gerade nur so viel Fortschritt, weil ich dir massiv entgegenkomme. Das ist aber scheiße. Das ist ja blöd. Oh, die sind Boss. Nicht machen, ey. Nicht genug Muni. Wenn du hier im Schneegebiet am Berg kommen würdest, wäre super cool. Ja. Oh, ich habe wieder eine neue Facke gefunden. Hammer. Am Meer. Sieht schon cool aus. Der Berg da mit einem einzelnen Baum oben drauf. Eine nette Idee. Oh, Mehl. Und Sprengstoff. Weil. Die können wir auch mitnehmen zum Essen. Hier geht mal mit der Happengas. Hier ist der Abholungspunkt, Matze. Wo ich jetzt bin. Abholungspunkt. Nein, nicht der Roller. Es wird Nacht. Wenn du hierher kommst, kann ich da... Ich habe ein ganz kleines Problemchen, ne? So ein Riesenberg vor mir. Da muss ich erst mal, glaube ich, rechts vorbei. Der Weg dran vorbei. Weil da hochbauen ist, glaube ich. Na doch, da komme ich vielleicht hoch. Ich muss mal gucken. Dynamische. Ich habe hier mal Neues gefunden. Löwenmähne heißt der. Ein Rittersmann. Riedelsteine sagt er was von. Komm mit auf Erkundung. Meine Ehre, sagt er. Erstmal plühen wir da in die Kiste noch, ne? Die leckere Milch. Und die Pfeile kann ich gut gebrauchen. Danke. So, komm mit. Löwen. Was war das? Löwenmähne. Okay, ich gucke mal, ob ich auf den Berg komme. Dann kann ich da runterspringen. Das ist ja Frostkiefer. Wo finde ich denn hier normales Holz? Jetzt bist du nur noch 1300 wieder weg. Wie ging das denn so schnell? Er hat mich cheated. Beat it. Ah. Du hast dir Bettge... Was? Irgendwähne, komm her. Mann, ich will nicht Frostkiefer. Ich will ganz normales Holz. Ah, da fliegt nur rum. Da sind all Stämme und so. Kannst du nicht, kannst du nicht. Auch von hier kann ich doch gut springen. Ja, von hier ist super. Machen wir gleich. Da vorne. Da vorne ist der Abschubpunkt. Was ist das hier? Oh, schöne Blume. So. Jetzt machen wir Fortschritte. Eui, eui, eui. So unter 1000 Meter. Das ist hier aber auch knackige Tundra. Holy shit. Röfli. Nein. Woll, Löwenarsch. Nein, fertig. Jawoll, du machst es hart. Mit deinem Eingeschmitten. Oh, ich habe einen Schmetterling gefunden. Wenn er in die Richtung fliegt, nehme ich ihn mit. Ja, macht er. Eine volle. Ah, eine Schatztruhe. Ei, 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 ei. Gut. Was ist los? Tschüss. Ah, die Bäume, ne? Bleibt man immer dran hängen. Au, au, au. Komm, Ulfli. Ich habe hier leckere Kühe für dich gefunden. Ah, nee. Ne, ne, mach das schon. Wie weit bist du jetzt noch? Nicht mehr so weit. Wie weit das hast du geholt? Oh, das. 300 Meter. Und ich kann hier ordentlich fliegen. Was zur Hölle ist das hier? Einfach eine hässliche Blume. Na gut. Also noch Holz, oder? Nee. Ui, ist ja richtiger Schneeber. Ui, ist ja richtiger Schneeber. Da so blau durch die. Wo ist? Noch 180 wieder weg. Ja, 50. Hier ist Yeti, Matze. Yeti? Ja. Yeti. Ist der nett? Ja. Da finden wir noch neue Leute hier. Er sieht verlustlos aus. Aber hier legen sie die Blockküge. Lala. Mensch, da muss man ja noch mal ein Dorf aufmachen. Schlimm. Ich weiß gar nicht, ob Yeti das überlebt, wenn man ihn aus dem Schnee holt. Aha. Aha. Grüne Mineral. Das, Matze. Malerit. Malerit? Das war das immer grün. Jo. Wie sie. Ja. Ach, da hat er wieder einen Ballon gebaut. Ach so, was ist denn hier? Ah. Danke zu sein. Ich gehe auf Rettungsmission hier. Auf Rettungsmission. Ganz schnell zusammengezimmert. Oh, selber kaputt. Nein, doch nicht. Hey, Yeti, Alter. Oh. Yeti weg. Spawn ja dann. Ja, die spawnen hier drauf. Oh, fuck. Diesmal fliege ich auf diese Lügel dazu. Oh, oh. Der geht links vorbei, glaube ich. Kann an der Höhe nichts ändern. Die Richtung ist auch nicht so prall. Oh, was war das? Dein Slack. Dein Typ ist angekommen. Also bei mir fehlt die ganze Blattbombe jetzt. Ja. Dein Rittertyp ist hinter die gespawnt, ne? Ja. Aber Yeti, die hat es nicht geschafft. Hast du dir gesagt, der soll mitkommen, ja. Sehr klar. Doch. Richtung, keine Ahnung. Ja. Gehen wir auf die andere Base. Ja, die ist okay, ja. Ja, die andere Base ist, also jetzt. Wir müssen uns nochmal umrüsten, wenn wir da sind. Ja, das ist je nachdem, wie die Düsen angeordnet sind. Guck mal, die sind mehr auf der rechten Seite und eine ist links ein bisschen weiter. Siehst du, was das für einen Unterschied macht, ne? Ja. Können natürlich die Richtung wechseln, indem ich die ganz links zerstöre halt, ne? Warte, ich mach das mal. Wechselt jetzt ein bisschen, ne? Ja. Hier nach rechts. Da war die Frage, ob wir die Kurve noch kriegen. Ah. Oh. Ah, jetzt kriegen wir sie. Oh, die Plattform ist wieder da. Jetzt würden wir direkt auf unsere Base zuhalten, aber wir drehen halt immer weiter. Ne, geht noch, geht noch. Ne. Da ist die doch rechts unten. Ja, das ist aber nicht die, also die alte Base, ne? Ja, davon rieche ich ja die ganze Zeit. Bitte Zwischenstopp machen. Ja, dann sprich ich ab. Ne, warte mal, warte mal. Äh, lass mal ausprobieren. Mit einem Eiballonkappen, die in der Mitte, ne? Ja. Ja. Ja, machen wir. Hup. Ja, hier, die ist da. Ja, hier, die ist da. Hier, die. Oh, gelandet. Sehr gut. Wie schön, dir beim Kämpfen zu gucken, die Beine. Ja, so gefeifen auch. So, stell mal ein Bettchen besetzen und hab mal ja auch Feierabend verholt, weil das ist richtig gleich. Ja, aber es war auch gut zu wissen, dass man so landen kann, theoretisch. Hab halt aber auch keinen, keinen Ersatzballon mehr dabei und so. Das ist ja fein. Ja. Bei so einem Ballon kriegt man schnell zusammen, jetzt immer hat Matze. Jo. So hatten wir hier noch Bettchen. Wahrscheinlich schon, ne? Irgendwo, irgendwann, da. Bett, 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 mein Bett. Zack. Zackport. Können wir hier noch jemanden, ja, hier könnten wir noch jemanden aufnehmen, wenn wir das aufleveln, ne? Könnten wir einen verorten, hier. Mein Bett wird einfach geklaut. Hier ist noch eins von Arthur. Sagen wir neben Yeti, oder? Wo ist denn hier der Dorfmittelpunkt hin? Hier draußen. Da, hier. Da, weil der immer nervt. Na gut, hier bräuchte ich auch mal Weichholz, Obsidian und Bernstein. Nein. Oh, kein Bett drin. So was haben wir hier nicht, ne? Ne. Er hat da ja, und was für Schätze, die hier drin sind. Ey gut, ich warte sonst mit dem Bett. Also, ich könnte mich halt theoretisch immer noch zu anderen Base Beam da durch, ne? Was solltest du tun? Ja? Was solltest du vielleicht tun? Gut auf an. Kann man ja mit dem Ballon fliegen jetzt. Ja. Darf ich checken. Ich will einfach viel, viel von einem Standard-Kram hier ist. Ab normal. Tony war fleißig. Tony war ab normal fleißig. Ganze, ganze Kiste mit scharfer Chili. Nöget. So. Könnten ja sonst auch eine Ballon, Ballon voll mal, also ein, zwei Kisten auf einen Ballon packen. Ja. Falls ja noch irgendwas sinnvolles ist, ist das mitnehmen. Na man. An sich fand ich die Halle hier ganz cool, von Anfang so. Ja. Tagehalle. Gut, ich sag mal danke fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao. Ja, aber war doch witzig jetzt mit dem Ballon. Das ist auf dem Meer aber nicht so geil irgendwie, dass das einfach so kaputt geht und man nicht irgendwo gegenknallt. Hätte ich jetzt gedacht, dass das wie beim Himmel ist, ne? Dass man einfach wogegenknallt. Ja. Du darfst nicht weiterreden, weil ich mich schon vom Stief verabschiedet habe. Was? Ja. Dann müssen wir nochmal ein Grüß sagen. So. Fuck. Ja. Der hat sich mitgekriegt. Ciao, ciao.